Liebe Boder-Freunde, das ist die Techniker Boder Bundesliga, das ist der Deutschlandcup und zwar der siebte in der Saison, 23-24. Wir sind am letzten Spieltag und ich verrate euch mal ganz kurz, wo wir hier sind. Steil, was geht? Die Stimmung hier brennt jetzt schon. Wir können uns freuen auf einen spektakulären letzten Deutschlandcup in dieser Saison. Wir wünschen euch maximal viel Spaß und was der Deutschlandcup genau ist, das erklärt euch jetzt einmal der Simon. Der Techniker Boder Bundesliga Deutschlandcup. Was ist das und wie kann man dabei sein? Bei der Boder Bundesliga ging es uns immer darum, dem Bodersport populärer zu machen und eine Bühne zu bieten, die diesem fantastischen Sport angemessen ist. Seit 2016 begeistert die Techniker Boder Bundesliga tausende Hobbysportlerinnen und Sportler, die in verschiedenen Ligen starten, von leicht bis schwer. Über die Jahre waren auch immer wieder Profis dabei, wie Jan Hoyer oder Alma Bestvater. Wir haben von ihnen gelernt. Die Profis brauchen eine eigene Wettkampffreihe, die sie angemessen herausfordert und die nach den Regeln der IFSC World Cups funktioniert. Mit dem Deutschlandcup haben wir genau dieses Format geschaffen als Add-on zur Bundesliga. Der Deutschlandcup ist der Weltcup auf nationaler Ebene. Hier geht es darum, im Tageswettkampf die Besten der Besten herauszufordern. Jeder Bundesligaspieltag beginnt mit einem Kickoff und bei jedem zweiten Kickoff gibt es einen Deutschlandcup. Am Kickoff warten 15 Liga-Boulder der regulären Boulder Bundesliga auf euch und die Athletinnen und Athleten der ersten Liga, die diese 15 Boulder am besten meistern, qualifizieren sich zum Tagesfinale dem Deutschlandcup. Für die Athletinnen und Athleten geht es zu jedem Deutschlandcup um attraktive Preisgelder. Ganz, ganz spannend wird es auch im Laufe der Saison, die Gesamtwertung im Deutschlandcup zu verfolgen. Ähnlich wie bei der Weltcup-Serie des IFSC gibt es also ganzjährig Deutschlandcups. Und die Punkte, die man dort sammelt, laufen in das Gesamtranking des Deutschlandcups zusammen. Ganz wie beim Weltcup starten hier wirklich im Deutschlandcup internationale Athleten. Hanna Meul, Jan Royer, Yannick Floet, Stascha Geo. Ein bunt gemischtes, sogar internationales Starterfeld. Und du kannst dich in das Starterfeld mischen. Komm zu den Spieltagen der Boulder Bundesliga. Qualifiziere dich in den Top 6 für den Deutschlandcup. Und dann heißt es ab an die Wand im IFSC-Modus. Die Besten der Besten, auf der Matte, vor der Wand, hunderte an Zuschauern, im Publikum, das Ganze im Livestream übertragen. Es geht um ein riesiges Preisgeld. Also mitmachen, einschalten, dabei sein. Es lohnt sich in jedem Fall. Und damit herzlich willkommen hier zurück im Steil in Karlsruhe. Wir sind beim 13. Spieltag, der siebte Deutschlandcup der Saison 23-24. Ja, wir nähern uns dem Ende und dem Abschluss der Saison. Jetzt heißt es nochmal, die letzten Punkte sammeln für das große Finale am 21. und 22. Juni im Osnablock. Und an der Außenwand dann im Lokviertel in Osnabrück. Wir, ja, ich weiß es noch, wir am ersten Tag, als wir gestartet haben, in Frechen, im Schimpanzentrum mit unserem ersten Deutschlandcup. Wer hätte gedacht, dass das ganze Ding so eine, ja, solche Ausmaße annehmen wird, so groß wird. Und wir freuen uns, glaube ich, bei jedem Spieltag wieder über ein super starkes Starterfeld. Was heute hier passiert ist, das war wirklich unglaublich. Es hatten sich bereits im Vorfeld Alexander Megos und Jan Hoja angemeldet. Die beiden waren das letzte Mal, ja, in Tokio bei Olympia gemeinsam auf der großen Bühne. Damals als Olympioniken und heute jetzt hier als Deutschlandcup-Starter. Doch für die beiden Olympioniken wird es nicht leicht werden, denn sie werden herausgefordert, ja, vom aktuell wahrscheinlich stärksten deutschen Boderer und Combined Athleten Yannick Floy. Auch er damals im Schimpanzentrum schon am Start und mit dabei und auch heute wieder hier richtig heiß, die beiden, ja, vor die ein oder andere Herausforderung zu stellen. Außerdem sieht es momentan sehr spannend aus noch im Deutschlandcup-Gesamtranking. Wenn das funktioniert, dann blenden wir das doch mal ganz kurz ein und sehen hier auf dem ersten Platz bei den Damen Daria Nesterenko momentan mit 17 Punkten Vorsprung vor Helene Wolf. Und da kann man schon jetzt sagen, herzlichen Glückwunsch Daria Nesterenko. Du hast die Deutschlandcup-Gesamtwertung der Saison 23-24 gewonnen. Das Gleiche gilt auch für den aktuell noch erst platzierten Jan Hoja. Auch er ist nicht mehr einholbar. Lasse von Freya, Grüße gehen raus. Nach China kann heute leider nicht hier mit dabei sein. Tim Wirtner aktuell auf dem dritten Platz. Und der junge Mann muss sich noch ein bisschen beweisen, um auf dem dritten Platz zu bleiben. Denn er kriegt noch Herausforderungen von Sergi Topiszko und auch Jonathan Papadopoulos heute wieder mit im Finale dabei. Daria inzwischen schon mit komfortablen Vorsprung auf Helene Wolf. Wird also mindestens auf dem sechsten Platz landen, beziehungsweise auf dem siebten. Und das reicht ja schon an Punkten, die sie da bekommen kann, um am Ende vor der Helene zu bleiben. Wir drücken ihr natürlich die Daumen, dass es trotzdem noch ein bisschen besser wird. Bevor es losgeht mit der Athletenvorstellung, schauen wir uns einen ganz kurzen Clip an. Gleich geht es weiter. Immer besser. Für dich. Die Techniker. Die Techniker. We didn't need big budgets, big gyms, a big crowd, big news to become. A big sport. Was? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und nach unten auf das große Volumen hier müssen sich die Damen ein bisschen einbauen. Ein sehr koordinativer, kräftiger Zug dann rechts raus. Und hier ist es schwer, um diese Volumen hier ringsherum zu kommen, am Ende aufzustehen. Absolute Gehirnaufgabe. Hier muss man ganz ruhig bleiben. Und mir wurde schon verraten, das wird die Damen sehr ärgern, dass hier so ein Konzentrationsboden ganz am Ende steht. Also große Herausforderung hier für die Damen. Schauen wir uns hier diese wunderschöne Startmarkierung bei den Herren einmal an. Es geht ab in den Überhang und wir fangen an mit einer unglaublich kräftigen, kräftezehrenden Bewegungsabfolge. Hier in diesem Bode drin, mir wurde verraten, es gibt keinen einzigen Zug, in dem man hier mal ein bisschen Pause machen kann. Diese Griffe sollen ordentlich Kraft rausziehen für das Finale. Währenddessen vielleicht mal ganz kurz der Blick unten auf die Matte und nochmal ein kleiner Kommentar. Ich glaube damals, als Simon und ich uns diese Idee hier überlegt haben und das Ganze angefangen haben aufzuziehen, dass es wirklich so ein unglaublich starkes Starterfeld werden wird, das war damals eher noch Wunschdenken. Und dass es wirklich nun eingetreten ist zum Ende der Saison nochmal so ein absolutes Highlight an diesen wunderschönen Routen. Das freut uns natürlich sehr und wenn ihr uns bei dieser Arbeit weiter unterstützen wollt und diese Liga auch möglich machen wollt, dann abonniert doch einfach mal den Kanal. Das geht mit einem Klick, dann verpasst ihr auch keine Livestreams mehr. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, freuen wir uns natürlich auch über euren Link in euren Stories hier zum Livestream der Techniker-Bode Bundesliga, dem 7. Deutschlandcup. So und wir sehen hier schon die sogenannte Besichtigung bei den Athleten. Pro Bode gibt es für die Damen und Herren zwei Minuten Zeit, in denen sie sich die Griffe ganz genau angucken können, überlegen, wie muss ich mich hier bewegen. Es geht nicht nur um Kraft, sondern es geht auch darum, die richtige Bewegung rauszufinden. Und ja, alle die im Bode-Sport drinstecken, für die ist es völlig normal. Alle anderen wundern sich hier vielleicht, das sind doch eigentlich Konkurrenten, die sollten doch eigentlich gegeneinander antreten. Und man sieht sich hier trotzdem gemeinsam überlegen, Betas austauschen, Ideen austauschen. Und das ist auch das, was das Schöne an diesem Sport ist. Hier wird immer noch gemeinsam gebodert bis in die absolute Weltspitze hinein. Ja, die Athleten und Athletinnen, die wir hier sehen, also Weltspitze ist genau das richtige Stichwort. Helene sehen wir hier im schwarzen T-Shirt. Ehemalige deutsche Meisterin gewesen. Daria Nesterenko, ukrainische Vizemeisterin. Siegerin der Techniker-Bode Bundesliga aus der Vorsaison. Roxana Wienand, ebenfalls international unterwegs. Felix, AFSC-Athletin und heute hier beim Deutschlandcup mit dabei. Ja und auch ganz frisch mit dabei, die Meerette Greb ist auch öfter hier mal vor Ort im steilen Karlsruhe, hat sie mir verraten, ist heute mit ihrer Trainingsgruppe da gewesen. Ja und da scheint es neue Nachwuchstalente zu geben, denn die Meerette, die wird hier die alteingesessenen Bode Hasenen doch vor vielleicht die ein oder andere Challenge stellen. So ja und jetzt sind wir hier im zweiten Herrenbode, dem wollen wir uns auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Einfach mal zusammen hier mit dieser Bode Elite davor. Interessanter Bode, gestern haben wir uns noch gedacht, was ist da los? Relativ große Griffe, sieht gar nicht so schwierig aus. Was muss man hier eigentlich machen? Und das ist auch genau das, was die Hutsetter von den Athleten wollen. Haben wir schon verraten. Ja, so ein Jan, so ein Janik, die sind so Wettkampf erfahren, die werden das sicherlich ganz schnell rausfinden, was zu tun ist. Aber für den einen oder anderen wird es doch richtig schwer. Ein absoluter Fun-Bode, die wahrscheinlich steilste Platte, die diese Athleten jemals geklettert sind, von dem Headsetter Liam hier aus dem Stall geschraubt. Ein absoluter Fun-Bolder, also der soll richtig Spaß machen. Und ich kann so viel verraten, also die, gerade die Herren der Schöpfung, die sagen immer wieder, wir wollen schwere Routen, wir wollen die schwersten Routen überhaupt. Denen ist es wahrscheinlich sogar lieber, wenn sie am Ende gar nichts schaffen. Hauptsache, es war schwer. Ja, hier geht es nicht nur um die harten Züge, sondern vor allem eben auch um die richtige Beta. Und man sieht auch hier bei den Herren wunderbar, wie sie sich gemeinsam beraten, gemeinsam an der Wand sind. Das ist schön anzusehen. Und hier wird es auch oben raus nochmal richtig interessant und das ist auch schön zu sehen. Mal den Jan mit einem verwirrten Blick. Auch Alex Meghor ist natürlich unglaublich erfahrener Wettkampfathlet, sowohl im Bodan als auch im Lead. Ja, und auch der guckt hier noch leicht verwirrt. Wie geht es? Tim ein bisschen, der fragt sich, wie soll das hier hochgehen? Aber ich denke, wir werden hier die ein oder andere wunderschöne Beta nachher sehen von den Herren. Übrigens, falls ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche, dann schreibt es auch immer gerne in den Chat hinein. Wir freuen uns über eure Rückmeldung dazu und natürlich auch auf eure Fragen, die beantworten wir dann immer gerne. So, wir sind jetzt am Bode Nummer 3 bei den Herren hier. Vom Chef der Halle, Julius Westphal. Eine Legende im Klettersport. Sehr, sehr bekannt. Extremst starker Gutenbauer. Ja, seine Glanzjahre mögen vielleicht schon ein paar Jahre dabei sein. Das heißt aber nicht, dass er immer noch unglaublich stark auch performt. Und hier auch für diese Topathleten durchaus der richtige Hutenbauer ist. Denn der hat wirklich Ahnung und der hat auch immer noch den Strom in den Armen. Um hier die Stärke, die gerade auf der Matte präsent ist, auch gut fordern zu können. M3 bis zum Ende sehr, sehr tricky. Kein Zug, in dem man sich mal ein bisschen ausruhen kann. Soll ein richtiger IFSC-Boulder sein, also ein richtiger Weltcup-Boulder. Gleichzeitig aber auch ganz typisch steiler Überhang, kleine Griffe und wunderschöne Bewegung. Also ich glaube und bin sehr zuversichtlich, dass das die Herrin hier vor die richtige Challenge stellen wird. So, bevor es für die Athleten und Athletinnen gleich wieder zurückgeht in die Isolation, zeigen wir euch noch einen ganz kurzen Clip und dann geht es weiter mit dem Deutschlandkampf. We didn't need big budgets, big gyms, a big crowd, big news to become. A big sport. Was ist eigentlich gesund? Gesund? Gesund ist... Den Schweinehund besiegen. Und dabei den Kopf freikriegen. An sich glauben. Und neue Stärken entdecken. Richtige Punkte machen. Und es damit allen zeigen. Ausatmen. Und sich dabei selbst begegnen. Einfach mal gehen, statt stehen. Und damit die Schrittzahl erhöhen. Das Gefühl, alles zu geben. Und dafür doppelt belohnt zu werden. Mit Gesundheit und TK-Fit. Unserem Programm für ein gesundes Leben. Jetzt in der TK-App. Und wir sind wieder zurück auf unserer Wettkampffläche. Janik Mayer, unser Heidel-Moderator, fleißig hier am Menge einheizen. Er erklärt nochmal ein bisschen, was zu den einzelnen Brudern. Und keine Frage gab es im Chat. Ja, wie steil ist denn eigentlich M2? Wir sehen es nochmal hinten in der Ecke. Es sieht erstmal unglaublich steil aus. Es fängt aber mit einer sehr plattigen Sequenz an. Und ich kann es nur nochmal wiederholen. Die Worte vom Chief Rootsetter, dem Liam hier, die steilste Platte, die die Jungs hier jemals geklettert haben werden. Also, es geht auf jeden Fall zum Ende hin in den sehr kompressionslastigen Überhang. Und vorher in eine, ja, aus einer sehr... Oh, jetzt wird es laut in der Halle. Aus einer sehr schwierigen Platte hinaus dann in den Überhang hinein. Wir sind sehr gespannt. Jetzt geht es aber gleich erstmal los mit dem Staging für den ersten Boda. So, und da sehen wir das. Es ist natürlich der Klassiker. So hat das bei jedem guten Wettkampf zu sein. Der Timer fällt im letzten Moment aus, aber die Technik ist schon dran. Kriegt das auch sicherlich ganz, ganz schnell gelöst. Im Notfall, falls dort irgendwas passieren sollte. Unsere Judges sind natürlich gebrieft und haben auch jederzeit einen eigenen Podcast dabei. Tja, die Zeit bis zum Boda Nummer 1 könnt ihr natürlich auch noch gut füllen. Zum Beispiel mit dem Podcast der Techniker Boda Bundesliga. In der aktuellen Folge geht es nicht nur um das Finale, das Anstehende, sondern auch sehr interessant über die neuen trainingswissenschaftlichen Erkenntnissen im Krafttraining für die Damen. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Und Julius und Emily, die beiden Geschäftsführer hier aus dem Steil, sprechen über ihre Gründung damals in der Corona-Zeit. Wie das so war für die emotional, wie auch von den Aufgaben her, das könnt ihr ja hören im Techniker Boda Bundesliga-Podcast immer am Freitag vor jedem neuen Spieltag oder auch dem Finale. Ja, so und wir warten noch einen kleinen Moment auf den Timer und können uns gleich freuen auf die ersten beiden Starter. Jonathan Papadopoulos wird das sein bei den Herren. Den haben wir ganz frisch erst gesehen im Steinbock in Nürnberg, ist dort auf dem zweiten Platz gelandet mit einer unglaublich guten Performance am letzten Herrn Boda. Da hieß es, einen kleinen Houdini-Switch zu machen, ein kleines Fingerloch, praktisch seine Hand dort abzuwechseln, einen Finger rauszustecken und ganz schnell den anderen wieder reinzustecken. Super schwierig, hat er wunderbar gelöst und sich damit im Steinbock in Nürnberg den zweiten Platz geholt. Dieses Mal natürlich sicherlich ein bisschen ein anderes Starterfeld, als es im Steil der Fall war. Hier haben wir wirklich mit dem Yannick, Alex, Jan, aber natürlich auch mit Tim, Sergej und viele wirklich unglaublich starke Kontrahenten für den Jonathan. Ja, und bei dem Damen, die Meerette-Greep, habe ich vorhin schon kurz erzählt, trainiert hier auch öfter im Steil. War gerade ganz schön zu sehen, sie hatte in der Isolation noch ein bisschen Support von ihren Teamkameradinnen. Und ja, für diese junge Athletin hier das erste Mal auf so einer großen Wettkampfbühne teilnehmen zu können, ist natürlich eine wunderbare Sache. Und da freuen wir uns natürlich auch sehr, dass immer wieder auch starke Nachwuchsathleten und Athletinnen hier mit reinkommen und erste große Wettkampfluft schnuppern können. Wir sind noch gespannt von euch, der ganz große Finale schafft am 22. und 23.06. in Osnabrück an der großen Autorbank geht es weiter. Bis dahin, wir ließen hier diesen schönen Abend und wir schauen etwas mal zur Technik, dass wir euch anschauen können. Vielen Dank. Liebe Boller-Freunde, es wird Zeit, ich hole uns an den ersten Athleten auf die Matte. Riesen Applaus für Jonathan Papatopoulos. So, und damit ist jetzt das Startzeichen gegeben. Gibt nochmal ein, zwei Funken für den Jonathan. Jonathan, der kommt jetzt erstmal alleine auf die Matte, denn bei den Herren haben wir sieben Starter. Hier gab es auf dem sechsten Platz eine Doppelplatzierung. Falls ihr jetzt aktuell nachschauen solltet, ist diese Doppelplatzierung gar nicht mehr da. Das liegt daran, dass wir genau exakt 17 Uhr gucken, wer sind denn die aktuell sechs stärksten Athletinnen und Athleten. Ja, und da gab es eben eine kleine Doppelung. Kurz nach 17 Uhr wurden dann weitere Ergebnisse eingetragen, wodurch sich der Multiplikator der einzelnen Boller nochmal verändert hat. Schaffe ich einen Multiplikator, mache ich ihn tendenziell, äh, schaffe ich einen Boller, dann drücke ich seinen Multiplikator ein bisschen nach unten, beziehungsweise schaffe ich einen Boller nicht, dann geht der Multiplikator nach oben. Dadurch kann es immer nochmal zu kleinen Verschiebungen kommen. Außerdem habt ihr natürlich auch Zeit, jetzt sechs Wochen an diesen Routen alles zu geben. Erstmal jetzt aber Jonathan hier im Boller Nummer 1 mit einer unglaublich starken Beta geht hier Feed First rein. Erstmal unter die Zone. Aber ob das wirklich so gedacht ist von den Routen, äh, Routsettern, das werden wir noch sehen. Es sah auf jeden Fall schon danach einem richtig coolen Versuch aus hier vom Jonathan. Er kam gut aus der Startposition raus. Und wir werden sehen, wie es da weitergeht für ihn. Fokus jetzt erstmal voll auf ihm drauf. Ja, und wenn ihr euch fragt, wie kommen denn diese ganzen Menschen da hin? Das kann gut sein, dass die zum Beispiel unsere neue App ausprobiert haben. Toehook heißt die und ist die Mitfahrzentrale für Boller Deutschland. Specially natürlich zum Kick-Off oder zu den einzelnen Stationen. Falls ihr Bock habt, ein paar Leute mitzunehmen, die das gleiche Hobby haben wie ihr oder irgendwo mitfahren wollt, dann ladet euch die App einfach runter. Toehook heißt sie von unserem Partner New Kuwaiter erstellt. Und er findet eure Mitfahrgelegenheit hier zu diesem fantastischen Versuch von Jonathan Papadopoulos. Stützt ihn links gut rein, bringt seinen Körperschwerpunkt hier weit unter diesen großen Griff. Versucht es jetzt ein bisschen anders, nicht Feed Forwards, sondern leicht reinzukreuzen. Die linke Hand hier in diesen Untergriff reinzubringen, da ein bisschen zu stabilisieren, reinzustützen. Und wir merken es, es ist warm. Der Sommer hat begonnen. 29 Grad ist auch für die Athleten hier kein Zuckerschlecken. Und hier merkt man auch, Jonathan auf jeden Fall auch nicht unerfahren in der Wettkampfszene. Nimmt sich hier ausreichend Zeit für die Regeneration. Man darf nicht vergessen, die Starter hier haben alle schon einige Bruder in den Unterarmen. Und von 10 bis 17 Uhr konnten sie an 15 Routenpunkte sammeln. Der Yannick Floy dabei als einziger alle 15 Routen begangen. So und jetzt Jonathan, das sah schon deutlich stabiler aus. Aber den Schwung, der da mitkommt, kann er noch nicht ganz abfangen. 30 Sekunden. Schauen wir mal. 30 Sekunden könnten sein. Vielleicht auch noch ein bisschen länger. Er wirkt noch relativ entspannt. Und das Timer-Problem kriegen wir gleich sicherlich auch noch gelöst. Ganz hinten mit der großen Kamera der Liam. Der Schiefsetter hier aus dem Stall in Karlsruhe. Er hat erzählt, das Team um ihn herum und die beiden Hain-Chefs hier wirklich alle Bruder auch gemeinsam sich überlegt, wie kann das gehen, alle jeden Bruder mal ausprobiert, nochmal gemeinsam getestet. Also absolutes Teamwork. Und ein bisschen Teamwork braucht hier auch der Jonathan. Ein bisschen Applaus aus der Menge. Ja, und da merkt man genau das, was der Liam mir vorhin erzählt hat. Hier sollen wirklich auch noch die letzten Kräfte aus den Armen gezogen werden. Also man fängt wirklich super hart hier an in diesem ersten Herrenbruder. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie nun an diesem ersten Herrenbruder Philipp Doncheff performen wird. Ja, der Gute war leider eine Zeit lang verletzt. In dieser Saison nicht ganz so aktiv dabei gewesen bei der Techniker-Borde-Bundesliga. Trotzdem inzwischen von den Punkten her gar nicht so schlecht. Und ja, ihn kennen wir vor allem von seiner unglaublichen Performance beim letzten Finale der Techniker-Borde-Bundesliga. Damals im Paradiespark in Jena. Landt ja am Ende hinter Jan auf dem zweiten Platz. Und wir sehen ihn jetzt hier sehr gut. Erstmal reinkommen in dieser Startposition. Auch bei den Damen hier sehr solider erster Versuch. fängt hier mit der rechten Schulter fast diesen rutschigen Griff ab. Gelingt leider nicht ganz, aber das war auch nicht der letzte Versuch. So, und wie ihr seht, wir hören auf euch. Ihr wollt Splitscreen, ihr kriegt Splitscreen. Und zwar gleich einen davon mit zwei Bildern. Unglaublich. Wen das freut, der kann uns doch mal einen Gefallen tun und dafür ein kleines Like in unserem Stream lassen. Dadurch jetzt hier Merit wirklich wunderbar ein Bild gewesen. Philipp versucht es hier mit einem Handwechsel. Der gelingt aber nicht. Versucht hier überzukreuzen. Also nicht unten drunter durch wie vorhin der Jonathan, sondern führt den linken Arm rüber. Kommt da durch, aber nicht so richtig in diesen Griff rein. Hat man auch gemerkt. Das zieht auch ordentlich im Rücken. So, und Merit, die junge Athletin hier, trotzdem wirkt das schon sehr erfahren und nimmt sich auch die Zeit für ein bisschen Regeneration. Für sie vielleicht dieser Move ein bisschen schwerer für andere, die da ihr Knie noch reingeklemmt bekommen könnten. Ich bin sehr gespannt, ob wir das nachher sehen werden. Aber ist hier ganz stabil in dem Toehook drin. Und dann, wenn die Füße kommen, ja, dann reicht der Schwung nicht ganz rechts rüber zum Abfangen. Philipp nimmt sich hier auch die Zeit und das merkt man, dass auch er schon einiges an Erfahrung hat und nicht sofort wieder reingeht. Denn hier muss man wirklich kurz wieder regenerieren, den Körper ein bisschen Zeit lassen. Er versucht nochmal hier den Handwechsel. Das klappt auch ganz gut. Aber dann rutscht der Fuß und er kann hier diesen Untergriff nicht gut festhalten. Merit hier, die Leiste kann sie gut greifen noch. Das sieht ziemlich stabil aus. Yes, kommt jetzt gut hier mit der linken Hand in diesen abschüssigen Griff rein. Kann sie jetzt den Schwung abhalten? Das ist die Frage. Versucht es relativ statisch. Und das kostet natürlich Kraft. Wenn ich hier lange dran hänge, da sollte ich versuchen, doch recht schnell durchzukommen. Ja, und das kann man mit der Schulter abfangen. Gelingt ihr hier leider nicht so ganz. Vielleicht noch ein Go mit ein bisschen weniger Pausenzeit zwischendurch im Bode hängend. So, und jetzt Philipp hier wieder versucht es mit einem Handwechsel. Diesmal auf eine dynamische Variante mit einem kleinen, kleinen bisschen Schwung. Oh, Merit jetzt andere Variante. Füße nach rechts rüber. Aber so ist es nicht gedacht. Und so wird es wahrscheinlich auch nicht klappen. So, Philipp versucht es hier nochmal in den letzten Sekunden zur Zone zu kommen. Leider hat das in diesem Versuch nicht geklappt. Schauen wir mal. So, Merit gibt jetzt hier nochmal alles. Auf geht's. Schöne Startsequenz hier am Anfang von ihr. Aber da ist sie leicht überfordert. Zur anderen Richtung geht's raus. Das waren die sechs Platzierten nach 15 Quali-Bodern in den ersten Bodern. Und wir freuen uns jetzt auf den Ukrainer, Sergej Topischko. Inzwischen auch eine Deutschlandcup-Legende. Das ist momentan sein vierter Deutschlandcup in dieser Saison. Und auch Sergej hat sich schon mal aufs Treppchen gekämpft. Auch im Steinbock dort eine gute Performance gehabt beim letzten Deutschlandcup. Und der kann das auf jeden Fall. Relativ großer Athlet. Da bin ich sehr gespannt, ob ihr hier in der Startposition vielleicht kleine Problemchen haben könnte. Aber wir schauen genau drauf. Lucy Molitor im Damenboulder Nummer eins putzt nochmal. Das Berühren der Griffe, die nicht als Start markiert sind, das ist strikt verboten. Das darf man nicht. Aber erfahrene Wettkampfkletterer und Kletterinnen machen das ganz intuitiv. Schnappen sich ihre Bürste, denn putzen ist erlaubt. Und auch mit dieser kleinen Bürste kann man schon mal den einen oder anderen Winkel bei den Griffen nachvollziehen. Ein bisschen antizipieren. Dadurch einen kleinen Vorteil verschaffen. Also hier sehr clever gemacht von der Lucy. Und schauen wir mal, wie sie jetzt hier diese Startsequenz löst. Yes! Kommt hier gut rein in die rechte Schulter. Da sehen wir das, wie das geht. Super gelöst, richtig stabil. Jetzt hat die Merede noch vor einige Probleme gesetzt. Jetzt hier erstmal kein Problem dieser Zug. Aber auch danach wird es nicht leichter. Ausgesprochen schwerer Job auch hier für die Routenbauenden. Für ein doch relativ heterogenes Starterfeld. Trotzdem die entsprechenden Boulder zu schrauben. Man will natürlich jedem Athleten und jeder Athletin die Chance geben, die Boulder zu toppen. Gleichzeitig, wenn alle alles im ersten Versuch machen. Das bringt natürlich auch nichts. Also ich bin sehr gespannt, wie das auch die nächsten Athleten und Athletinnen hier noch versuchen werden zu lösen. Jetzt wieder beide in den Bodern drin. Und Sergej, deutliche Probleme hier mit der Startposition. Leicht enttäuscht. Was ist da los? Ja, er zeigt es selber. Das ist eine kleine Box, in der er da drin ist. Lucy währenddessen wieder in der rechten Schulter drin. Wunderbar. Jetzt an der Zone. Schön mit der linken Hand weitergegriffen. Ganz dynamisch gemacht. Kann hier tatsächlich, findet eine Position zum Pause machen. Richtig stark. Kann hier nochmal nachjoggen. Und der Sergej im Hintergrund am Überlegen. Wie kann ich meine langen Gliedmassen gut positionieren? Lucy kommt hier weiter. Ein Zug nach dem anderen. Räumt sie ab. Auf geht's Lucy. Jawohl. Und jetzt hier schön aus der Schulter raus in diesen weiten Zug. Eiii. Ja, und da muss man ganz genau treffen. Man sieht es. Diese unangenehme Leiste zusätzlich noch mit anderen Griffen gedeckelt. Also nochmal schwerer gemacht von den Ruhsettern hier. Aber neuer Highpoint im Darmbruder Nummer 1. Das lässt hoffen auf mehr. 40 Sekunden haben wir jetzt noch. Und Sergej sieht keinen Stich. Ja, für ihn wirklich nicht leicht hier rauszukommen aus dieser kleinen Box, nennt man das. Dafür Lucy nochmal die letzten Sekunden. Aber auch sie verlässt nun die Kraft. Und sie verabschiedet sich. Andere Seite. Und jetzt auf der Fläche Tim Wirtner und Sandra Hopfensitz. Tim auch bisher als, ja, nur eine Station weniger mitgenommen als der Jan. Insgesamt seine sechste Teilnahme in dieser Saison. Ausschließlich die letzte. Dort konnte er nicht vor Ort sein. Ja, und der 21-Jährige. Sehr konstante, gute Leistung. Konnte es bisher einmal auf den dritten Platz schaffen. Ansonsten fehlt da aber noch ein Treppchen. Da bin ich mir sehr sicher, dass er sich das noch holen möchte. Auf jeden Fall nicht ganz so ausladende Extremitäten wie der Sergej. Also ihm könnte das jetzt hier ein bisschen leichter fallen. Muss aber auch die richtige Reihenfolge finden. Sandra währenddessen im Damenbuder Nummer 1 auch in diesem Schulterzug drin. Ja, und da vielleicht jetzt doch ein bisschen zu kurz der Tim. Oder was ist da los? Denn da kommt der Fuß, bevor er an diese kleinen Spacksgriffe auf dem dreieckigen kleinen schwarzen Volumen. Vorher dort hochkommt, rutscht ihm der Fuß weg. Jetzt Sandra noch mal relativ tief hier. Müsste mit den Schultern sicherlich ein bisschen höher kommen, um den Schwung aus der Startposition raus gut abfangen zu können. So, come on, Tim. Ja, schwierige Startposition. Ja, und Tim jetzt hier ganz interessant mal mit einer anderen Variante. Wenn es nicht klappt, wie gedacht, dann vielleicht doch noch mal anders probieren. Man sieht, der gelbe Griff, der hier unter dem großen Holzvolumen geschraubt ist, der ist ziemlich groß und auch ziemlich gut, hängt nur in die komplett falsche Richtung. Also da müsste man beim Pinch-Battle der absolute Meister sein, um das noch gut wegzuhalten. Also interessante Variante, aber ist das wirklich der richtige Weg zum Top? Das wissen wir leider nicht. Auf geht's, Tim. Tippt hier das Volumen noch kurz an. Das reicht auch für die korrekte Einnahme der Startposition. Aber der dynamische Zug hier raus, das ist schon wirklich sehr hart, da den Schwung abzufangen. Das sah noch nicht ganz so close aus. Auch bei der Sandra jetzt hier mit einer anderen Variante. Aber wenn die Füße kommen, dann dort links drin zu bleiben, das ist wirklich sauschwer. Also hier wahrscheinlich wirklich der Schulterzug nach rechts raus, die Variante zum Sieg. So, aber aufgegeben haben beide noch nicht. Tim wieder mit der dynamischen Variante. Aber das wird auch nicht wirklich besser. Da frage ich mich schon so ein bisschen, Tim, ob er da nicht auf dem Holzweg ist. Und Sandra jetzt hier sieht ganz gut aus, aber dann kommen die Schultern, die Arme werden lang und dann wird es richtig schwer, diese beiden Griffe hier auseinander zu pressen und weiterhin festhalten zu können. Ja, und Tim merkt hier sicherlich auch die 15 Routen, die er projektiert hat. 13 davon hat er geschafft. Und Tim auch jemand, der ein Go nach dem anderen in diese Bode reinsetzt, bis er sie schafft. Aber, ja, da waren schon ordentliche Brecher mit dabei, hier auch in der Quali und hat da sicherlich schon gut Kraft gelassen. Ja, wirkt hier ein bisschen verzweifelt. Aber noch haben wir drei Athleten, auf die wir gespannt sind und die uns zeigen können, dass diese Routen durchaus machbar sind. Ärgern wird sie trotzdem nicht, denn die Bitte war ja schwere Züge, schwere Bode. Und das wollen wir ihnen natürlich auch sehr gerne erfüllen. Diesen Wunsch. Jetzt auf der Matte. Einige kennen ihn vielleicht vom einen oder anderen Deutschlandcup. Bisher der einzige Athlet, der sich sämtliche Cups der Saison nicht hat nehmen lassen. Und dementsprechend mit zwei ersten Plätzen, zwei zweiten Plätzen und zwei dritten Plätzen und 98 Punkten im Deutschlandcup-Gesamtranking. Auch safe und final auf dem ersten Platz. Dafür kannst du schon mal einen kleinen virtuellen Applaus geben in Form eines Daumens unter diesem Video oder vielleicht auch einem kleinen Abo für den Kanal. Und Helene Wolf, dritter Platz, das war sie auch beim Finale der Techniker Bode Bundesliga. Im letzten Jahr, letztes Jahr auch Siegerin. Der Deutschlandcup-Gesamtwertung ist damals über die Wildcard ins Finale gekommen. Und der schafft das dieses Jahr auf jeden Fall auch ohne die Wildcard. Für Sie hier kein Problem erst mal. Fängt rechts gut ab, kommt gut in die Schulter rein und dann rutscht die rechte Hand ein bisschen. Während der Young hier, super interessant, ebenfalls Feed-Forward. Das haben wir schon mal gesehen beim Jonathan, der hat das auch probiert. Konntest dann aber nicht festhalten und hat es sehr schnell umgestellt. Young hier kleiner Fuß-Swap, sogenannter Bicycle. Jawohl, und der kann die Zange festhalten, was für eine Kraft. Ja, gut gucken jetzt hier, wo kann ich diese Zone gut greifen. Ganz abschüssiger, schlopriger, rutschiger Griff. Der findet den Nieper unglaublich stark. Kann hier tatsächlich ein bisschen Pause machen. Das ist einfach unfassbar, was dieser Young hier an die Wand zaubert. Und was für eine Leistung der Routenbauenden. Der Bode ist nach der Zone noch lange nicht vorbei. Es bleibt physisch. Und jetzt sehen wir Helene mit dem Schulterzug. Und sie hat auch Probleme. Also hier vielleicht auch noch mal die Griffe im letzten Moment noch mal ein bisschen gedreht. Die Damen und Herren, die wir hier auf der Bühne sehen, haben während der Quali, der siebenstündigen, unglaublich gut performt. Haben wirklich gezeigt, was die alles können. Und ich glaube, die Routenbauer haben da den ein oder anderen Griff durchaus noch mal ein kleines bisschen schlechter gedreht. In der Zeit zwischen Quali und Deutschland-Cup-Finale. Aber das sah schon ziemlich solide aus bei der Helene hier in die Schulter rein. Das sollte sie bestimmt in einem der nächsten Gows hinbekommen. Ja, und aber auch Fokus auf Jan. Was war das gerade für ein fantastischer Go? Dieser nach unten hängende Griff wirklich weggepinscht. So einen Zanggriff muss man dort anwenden, um das gut festzuhalten. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass man das überhaupt so machen kann. Füße kamen komplett, bis er die Zone gefunden hat. Schaut sich das jetzt hier noch mal ganz genau an, um da nicht wieder daneben zu greifen. Alle und Helene, jetzt bleibt sie oben. Kommt gut in die Schulter rein. Wollte den Fuß da stellen, aber das war leider nicht ganz präzise genug. Hier kommt es wirklich darauf an, auf die Präzision, auch mit den Füßen hier ganz genau zu treten. In die Griffe rein, die man vielleicht gar nicht sieht. Tja, Helene hatte unglaublich viel Bock heute hier mitzumachen, hat sich richtig drauf gefreut. War ja auch sehr fleißig mit dabei. Ebenfalls ihr sechster Deutschlandcup der Saison. Und hat jetzt eine kleine Odyssee mit einem kleinen neuen Hündchen einmal durch Europa getourt, um den mitzubringen. Ganz schön kaputt, hat sie mir erzählt. Das war eine anstrengende Fahrt, aber sie hat sich gefreut und das ist es auf jeden Fall wert. Und jetzt würde ich sagen, sollte sie sich diesen Bruder doch mal holen, als kleine Belohnung für sie. Aber das ist schwer. Und jetzt auch Jan sagt, nee, das reicht mir schon. Der hat sich die Zone geholt, oder was? Ja, aber er weiß auch, na, warum, wenn ich das hier jetzt mache. Die Kraft geht ja auch schnell weiter weg. Aber Helene gibt es sich nochmal. Kommt jetzt aber mit der rechten Hand hier an diese dunkelgrünere Fläche. Das liegt daran, dass dort Dualtex-Griffe verwendet worden sind. Die haben raue Teile, die eher so weiß eingechockt sind, sieht man schon ganz gut. Und aber auch sehr rutschige Flächen, auf denen man ungern steht, die sehr ungern greift. Und ja, da ist ein bisschen abgerutscht. Auch für Helene hier noch nicht mal die Zone. Aber sie hat Spaß trotzdem, versteht sich auch sehr gut mit allen unseren Helfern. Die guten Brascher, die uns auch die ganze Saison unterstützen. Wer ist dabei? Nele, Noel, Olivia und Moritz. Vielen Dank euch. Und natürlich auch allen anderen Helfern und Helferinnen, die das hier möglich machen. Tja, und jetzt zwei Debutanten, kann man sagen. Hat man schon mal Debutanten mit mehr Erfahrung gesehen? Ich glaube nicht. Roxana Wienand, das erste Mal mit dabei. Nicht nur bei der Liga, nicht nur bei dem Deutschlandcup, sondern auch bei der Liga. Vorhin mal kennengelernt, super sympathische junge Lehramtsstudentin. Und ja, von ihr kennt man vor allem die sehr dynamischen Instagram-Videos, die sie postet aus dem Studio-Blog, mit dem Erik Heldmann zusammen zum Beispiel. Ja, fantastische Routen, spektakuläre dynamische Moves. Aber sie hat mir verraten, naja, ist ja klar, das kommt halt bei Instagram gut an. Sie ist aber auch insgesamt ziemlich stark, konnte sie da selbstbewusst sagen. Und davon wollen wir uns jetzt überzeugen. Beide gehen rein in den ersten Boulder. Und das sieht schon mal sehr solide aus bei der Roxana hier, der dynamische Move. Auch sie rutscht hier aus der Schulter raus. Alex mit einem Double-Toe-Hook kann auch das hier wegpinschen. Unglaublich stabil, findet hier direkt den Weg zur Zone. Sehr gute Arbeit hier mit der linken Hand. Unglaublich präzise der Alex, wie der Jan hier gestruggelt hat. Das liegt dem Alex so unglaublich gut, steht hier wunderbar. Yes, und sobald er hier, ich wollte es gerade sagen, aus der Sequenz raus ist, die Zone relativ dankbar. Roxana jetzt mit einer anderen Variante. Die Füße rechts raus, bevor sie in die Schulter reinfliegt. Ja, aber auch das muss dann erst aufgelöst werden. Geht hier weiter mit dem rechten Fuß raus. Ob das der Go-To-Weg ist, wir werden es sehen. Und sicherlich auch noch die ein oder andere Variante der Athleten hier verfolgen können. Schönes Close-Up hier von diesen kleinen Crimps. Man merkt, es ist warm. Also, da steht niemand hinten und pustet, sondern die Athleten haben sich noch ein bisschen frische Luft mit auf die Matte genommen, um hier die Finger kühl zu halten. Richtig wichtig, gerade bei diesen unglaublich rutschigen kleinen Crimps, beziehungsweise slowbrigen Spacksgriffen. So, und dieser Versuch, der sah wunderbar aus, wird dem Alex aber auch viel Kraft gekostet haben. Und das sieht man direkt im zweiten Go. Kommt er nicht bis zur Zone, hier rutscht ihm der Fuß raus. Oksana hier leichte Probleme mit dem Tor, kriegt ihn dann aber doch ganz gut rein mit dem linken Fuß. So, und jetzt, wie wird es das machen? Feed forward. Hier ein bisschen am Überlegen. Und auch das kostet Kraft. Geht hier auch dynamisch rum, kann es aber nicht ganz abfassen. Jetzt Alex wieder. Unglaublich. Schaut euch an, wie stabil dieser Mann klettert. Mit einer Ruhe, mit einer Präzision. Unglaublich. Auf geht's, Alex. Findet auch den Niba hier und kann sehr gut eine kleine Pause einlegen. Das ist wichtig für den starken Athleten aus dem Franken-Lura. So, kommt hier wieder gut hoch. Ganz weiße Volumen und jetzt wird reingekreuzt. Das Gewicht aber hier auf den rechten Fuß zu geben, sehr, sehr schwer. Als Tritt gar nicht so undankbar, aber durchaus fordernd hier. Roxana kommt jetzt hier ein bisschen weiter mit ihren Füßen weit nach rechts raus. Vielleicht können wir da mal ganz kurz drauf gehen, Groß. Das wird die gute Bild haben. Das hat fast geklappt. Das hat geklappt. Jetzt kommt sie hier zur Zone und es sind die letzten 40 Sekunden im Bude Nummer 1. Die Sequenz oben. Es wird nicht leichter und diese Sequenz hat sie bisher noch nicht gemacht. Kriegt sie das hin? Schön mit rechts hier an den Seitgriff am Volumen. So, linke Hand raus. Das sieht gut aus. Fiegt sie jetzt die rechte Hand. Geswitcht. Alex nochmal. Hier war er schon mal. Wird es jetzt schaffen. Diesmal die linke Hand zum... Und auch für ihn wunderbare Performance. Unglaublich stark. Der Ausnahmeathlet. Das On-Site-Wunder Alexander Megos mit der Zone im ersten Boulder. So, das ging natürlich ein bisschen zu früh los. Leichte Probleme hier mit der Internetverbindung, aber kriegen wir schon hin. Wer es nicht weiß, aktuell natürlich auch in China Weltcup-Aktion. Und wer die stärksten Bruderer Deutschlands sehen möchte, schaltet natürlich trotzdem den Deutschlandcup ein. Denn Jan und Alex und die anderen werden jetzt herausgefordert vom ehemaligen Olympioniken Yannick Floet. Gute Chancen, sich auch noch für die nächsten Spiele in Paris zu qualifizieren. Und bei den Damen Daria, die aktuelle Titelverteidigerin der Liga, die Gesamtrangführende und schon relativ sicher auf dem ersten Platz auch. Gewinnerin des Deutschlandcups in dieser Saison, wie auch in der letzten Saison. Yannick hier super spannend, wie er das einfach wegkampusen kann. Ein Pinchgott, auch er hier. Kurze Verwirrung an der Zone, aber ganz schnell dann doch den Sweetspot gefunden. So, und jetzt gucken wir, ob er hier durchkommt. Geht zuerst mit der rechten Hand an das schwarze Volumen ran. Spart sich dadurch das Kreuzen und das sieht richtig stabil aus. Unglaublich. Keine Chance hier für die anderen Athleten. Yannick kommt hier direkt gut rein in diesen Deutschlandcup in diesen Abend. Das Volumen reicht hier nicht. Hier muss wirklich der Seitgriff noch ge... Das ist überraschend. Wer hätte damit gerechnet? Hier, der Topzug eigentlich nochmal relativ gut. Schauen wir uns das Ganze nochmal kurz an. Ja, versucht hier so ein bisschen die Kante zu crimpen. Das klappt nicht. Er merkt, ich muss dynamisch ran. Korrigiert den linken Fuß nochmal ein bisschen, um hier sich stabiler wegdrücken zu können. Ja, und dann beim Zug rüber. Da rutscht auf einmal der Fuß. Den erwischt er nicht ganz. Da muss viel Druck auf den rechten Fuß gegen das Volumen nochmal gebracht werden. Ja, aber das sah nach einem Versuch aus. Jetzt nimmt er sich nochmal gut Pause. Der auf internationaler Bühne auch unglaublich stark performende Yannick aktuell, wenn ich mich richtig erinnere, im Gesamtweltranking in der Combined-Wertung auf dem dritten Platz. Damit wirklich bester Aussichten auf Olympia 2024. Wir sind sehr gespannt und drücken ihm natürlich die Daumen. Auch er begleitet uns seit dem allerersten Deutschlandcup in Frechen. Und wir freuen uns, dass er jetzt wieder mit dabei ist. Zweiter Auftritt in dieser Saison. Daria auch mit einer schönen Variante geht hier. Feed forward rein. Richtig schön gelöst. Jetzt umgeht hier die Tricks und Tücken der Routenbauer. Wunderbarer Double-Toe-Hook in der Zone, die sie sich hier auch gut holt. Bringt die Füße zurück auf die linke Seite. Yannick währenddessen wieder an Pinch. Wie der das weghält. Unglaublich. Der rechte Fuß hier hoch. Jetzt ist er stabil drin. Aber das ist auch jedes Mal wieder ein weiterer Zug. Jedes Korrigieren ist ein Zug in einem unglaublich schönen Tag. Schweren Bode geht jetzt mit der rechten Hand ans weiße Volumen. Verlängert. Ja und spart sich hier. Das ist so clever. Spart sich hier wirklich dieses Rüberkreuzen. Was am Ende dem Alex nicht so ganz getaugt hat. Aber da rutscht der Fuß. Und auch für Yannick ist es damit am ersten Bode vorbei. Hat hier deutlich weniger Kraft gelassen in seinen wenigen Versuchen. als die anderen. Aber das kann natürlich ihm auch am Ende den Sieg kosten, wenn er hier doch wertvolle Punkte verschenkt hat. Währenddessen nochmal Daria sehr schön hier diese Sequenz unten löst. Aber auch das für die Damen etwas zu hart. Bevor es weiter geht mit dem Bode Nummer 2, gucken wir mal ganz kurz, wer das hier eigentlich alles möglich macht. Bis gleich. Seit 17 Jahren Deutschlands beste Krankenkasse. Und auch in Zukunft gilt. Immer besser. Für dich. Die Techniker. A big sport. Das Pinch-Battle-Finale unten auf der Wettkampfwand. Währenddessen schauen wir aufs Ranking. Aktuell auf dem ersten Platz die zum ersten Mal startende Lucy Monitor hier im Deutschlandcup. Im dritten Versuch zur Zone gekommen. Ja, Überraschung auf jeden Fall im Ranking. Roxana auf dem zweiten Platz. Ebenfalls nur mit der Zone wie auch die Daria im fünften Versuch. Und aktuell bisher ohne Punkte Helene, Sandra und Meret. Aber haben trotzdem natürlich ein Ranking. Das ergibt sich dann aus dem Ergebnis der Qualifikation. Ja, und bei den Herren, da sieht es ganz ähnlich aus. Aktuell mit drei Zonen im ersten Versuch. Trotzdem dennoch überraschend natürlich. Denn das sah bei den Athleten ganz, ganz unterschiedlich aus. Yannick da sicherlich mit dem besten Versuch bisher zum Top. Leider am letzten Griff, den nicht ganz erwischt, dann abgerutscht. Tja, Tim, Sergej, Jonathan und Philipp bisher noch ohne Punkte. Aber noch sind zwei Bode zu Beginn. Und ich kann so viel verraten nochmal. Also die Athleten, die haben sich ganz explizit wirklich hier schwere Bode gewünscht. Das ist das, was die auch brauchen. Was sie auch für internationale Wettkämpfe natürlich präferieren. Und damit geht der Timer ein bisschen zu früh los. Hier gibt es immer kleine Hakler. Aber kein Problem, denn die Bode rennen uns nicht weg. Und wir begrüßen wieder auf der Matte, der hat sie ganz für sich alleine, Jonathan Papadopoulos. Und ich muss persönlich auch sagen, ich freue mich auf diesen Bode, der jetzt kommt. So richtig die Beta verraten wollten mir die Rutsetter besser nicht. Sie haben gesagt, ja, dann passiert doch erst die Magie, wenn man so langsam Stück für Stück rausfindet, wie das denn eigentlich geht. Nicht nur die Athleten müssen das rausfinden. Auch ich hier mit euch im Chat gemeinsam. Also falls ihr eine Idee habt, wie es hier hochgeht, dann schreibt es doch einfach mal rein. So, Jonathan hier. Tja, was brauchst du hier? Einen 180 vielleicht? Sehr beliebter Move aus der letzten Saison. Sehr häufig gesehen. Aber hier nochmal ein bisschen eine andere Variante. Das Verwirrende bei dem Bode, die Griffe sehen alle richtig gut aus. Dadurch, dass die aber in so einem Überhang drin hängen, wird es eben zur steilsten Platte der Welt. Jetzt muss der Timer hier nochmal neu gestartet werden. Aber die Schiedsrichter haben ihren eigenen Timer und zeigen den dann auch den Athleten, präsentieren das also. Die sind aufgeklärt und wissen genau, wie lange sie noch brauchen. So, Jonathan hier wieder in der Startposition drin. Und wir sehen es hier auch sehr schön, die Markierungen also am großen Techniker Bodo Bundesliga-Griff. Links unten müssen zwei Extremitäten angebracht werden. Ein Fuß, eine Hand, zwei Füße, zwei Hände. Wie man möchte, das ist ganz egal. Auch wenn sich die Routzitter da natürlich was beigedacht haben. Und Jonathan überlegt nochmal, ja, ein kleines Detektivfest hier bei diesem Deutschlandcup. Es gilt wirklich ganz genau herauszufinden, wie funktionieren diese Sequenzen, die sich deutlich im oberen Schwierigkeitsgrad dennoch befinden. Ja, manchmal denkt man, man ist vielleicht auf dem Holzweg, aber man muss es festhalten. Man muss die Kraft dann auch haben, diese Bewegung auszuführen. Und ob das die richtige Variante vom Jonathan ist, werden wir noch herausfinden. Bisher führt sie leider noch nicht weit genug. Wir sind gespannt. Auf geht's, Jonathan. So, kommt jetzt hier in den Stütz rein. Jawohl. Und das sieht nämlich nicht nach einem 180 aus. Jawohl. Stabiler Versuch hier. Rüberhüpfen und fängt das gut ab. Kommt nicht auf die Matte. Hier, kleiner Rüberhüpfer in eine unglaublich unangenehme kleine Box rein. Löst das hier wunderbar. Holt sich noch nicht ganz die Zone. Das ist der kleine Griff hier. Am großen Volumen dran. Der muss einmal stabil berührt werden, leicht benutzt werden. Das ist eine Kletterbewegung und bringt die ersten Punkte für Jonathan. Tja. Und jetzt, was für ein Highlight-Boda. Unglaublich. Kann hier eine gute Pause einlegen. Muss aber auch auf die Zeit gucken. Macht er hier zu lange Pause, wird es keinen nächsten Versuch mehr geben. Das ist ganz klar. Und das Rätsel ist noch nicht gelöst. Es geht weiter. Von einer super tricky, sketchy Platte jetzt hier in den kräftigen Überhang rein. Da muss weggepresst werden. Da muss die Brustmuskulatur ordentlich angespannt werden. Dreht sich hier rein. Oh, unglaublich. Aber da kommt er nicht raus aus dieser Box. Es sieht so komfortabel aus. Fühlt sich unglaublich unangenehm an für die Athleten. Yes. Das war sein letzter Versuch. Ja, nach rechts geht's raus. Weiter geht's. Und jetzt mit dem guten Philipp Donchev nach längerer Verletzung wieder richtig fit. Er ist da jemand, der gerne auch mal in seine Verletzung rein trainiert. Nicht ganz optimal, aber die Lust zwingt ihn hier weiterzumachen. Und weiter kommt er auch in diesem Bode. Erster Versuch sah gar nicht so schlecht aus. Hat sich hier auf jeden Fall nicht von diesem vermeintlichen 180 täuschen lassen. Hätte sich aber auch ein bisschen in den Rücken. Wird ihm in dieser Box sicherlich nicht besonders gut tun. Und bei den Damen, Mehrette jetzt hier im Damenbode Nummer zwei. Wird wohl der leichteste Bode sein bei den Damen. Um auch für die nicht ganz so erfahrenen Deutschlandcup-Starterinnen hier ein Erfolgserlebnis zu ermöglichen. Aber Mehrette doch hier mit leichten Problemen. Währenddessen Philipp jetzt in der Box, auf dem Weg zur Zone. Da ist er. Ja, das sollte reichen. Kriegt hier den rechten Fuß hoch. Und ist jetzt auch in dieser Box, in dieser, ja, fast wie ein Kamin, kann man sagen. Wenn jemand drinsteckt und sich irgendwie reinpressen muss. Kommt hier gut hoch. Ja, findet den Tritt für den rechten Fuß. Aber merkt auch, sobald ich den Fuß da drauf habe, kippe ich raus. Versucht noch, versucht es nochmal mit einer anderen Variante. Mehrette jetzt hier in dem Untergriff drin. Auf dem Weg zur Zone. Weiterzug hier sehr dynamisch. Come on. Hat mir verraten, ihr Lieblingsbuder aus der Qualifikation auch mit einem sehr dynamischen Zug. Greta Ende nochmal kurz vor Ende der Quali-Zeit hat sie versucht, auch den nochmal zu machen. Auch starke Athletin aus der ersten Liga. Junge Nachwuchsathletin ist am Ende mit dem siebten Platz. Jetzt nicht ganz reingerutscht in den Deutschland Cup. Aber die Mehrette hatte sich mit diesem dynamischen Bruder die Teilnahme hier gesichert. So, Philipp überlegt ganz genau. Nimmt sich die Zeit. Herrin wurde Nummer 1 physisch schon so anstrengend. Jetzt wird ein bisschen Kraft gespart, denn man will sich hier ja noch die Top-Punkte holen. Noch eine Minute auf der Uhr. Startposition hier zügig eingenommen. Ja, der Sprung rüber sieht so solide aus beim Philipp. Als ob er das geübt hätte vorher und kommt jetzt hier super stabil in den Kamin rein. Also das sieht sehr, sehr flüssig aus. Er hat natürlich jetzt auch ein bisschen Zeitdruck und muss immer noch rausfinden, wie es funktioniert am Ende. Ui, auch da hilft ihm der Skorpion das Herausschwingen des linken Fußes nicht. Aber wer sich noch nicht aufgegeben hatte, das ist die Mehrette Gräb. Jetzt in ihrem wahrscheinlich letzten Versuch. Der Zug rüber sieht schon mal sehr sauber aus. Jetzt, komm on, hol dir die Zone noch in den letzten Sekunden, Mehrette. Auf geht's. Ei, da reicht die Kraft leider nicht ganz. Vielleicht dann im Damenbode Nummer eins. Aber die Nachwuchsathletin wird noch viele Gelegenheiten haben, auf solchen Bühnen hier zu bodern. Das wünschen wir ihr auf jeden Fall. So, und jetzt Sergej und Lucy, auf geht's. Lucy guckt sich hier diesen Boulder nochmal ganz genau an. Ja, und der ist durchaus topbar für die meisten Damen, denke ich. Und dann kommt es natürlich darauf an, auch möglichst wenige Versuche in diesem Boulder zu stecken. Denn wenn ich am Ende genauso viele Tops und Zonen habe wie meine Konkurrentinnen, dann hängt es davon ab, wer die wenigsten Versuche gebraucht hat. Sergej, ganz ruhig hier. Der große Ukrainer. Ganz winziger Griff, den er hier mit der rechten und linken Hand hat, versucht er so einen Handwechsel zu machen. Wirkt erstmal gar nicht so schlecht, aber dort einen Handwechsel zu machen, unglaublich schwer. Ja, sah aber durchaus machbar aus für ihn. Lucy jetzt hier gut im Untergriff drin. Ja, und der Zug raus zur Zone, der ist wirklich nicht leicht. Jetzt holt sie sich im zweiten Damenbohler die ersten Punkte. Und das sind erstmal gute Henkel. Das sind wirklich gute Griffe. Nochmal ein weiter Zug hier. Schön gelöst, sauber mit den Füßen gearbeitet. Hier optimal den Körperschwerpunkt gesetzt. Um auch diesen weiten Zug noch hinzubekommen, jetzt zwei relativ dankbare Griffe, die man gut erwischen muss. Ja, man merkt es auch hier, die schöne Glitzer-Oberfläche. Sehr, sehr rutschig. Aber das ist der erste Top des Abends. Unglaublich, Lucy. Wunderbar gemacht. Glaublich, natürlich schon. Wir haben es ja gerade gesehen. Super gemacht. Und da freuen sich die Rootsetter jetzt hier mal ein paar Tops zu sehen. Und es war der zweite Go, wenn ich mich recht erinnere. Also, gute Punkte auf jeden Fall für Lucy hier. Yes, da sehen wir es. Und Sergej hier, ganz andere Variante. Ja, der Junge ist lang. Der ist lang. Und der ist auch flexibel. Ist er flexibel genug? Kriegt das hier nicht ganz aufgelöst. Yes, leicht dynamisch. Trotzdem die Länge hier gut nutzen können. Jetzt voller Fokus auf Sergej. Auf geht's. Ja, wie komme ich jetzt hier raus? Und auch hier kann ich nicht zu lange drin bleiben. Gerade der lange Sergej für ihn, diese kleine Box, natürlich fordernd auf die Dauer. Aktuell noch auf dem letzten Platz. Mit der Zone würde er sich auf den fünften Platz schieben. Sicherlich ein schönes Bild von Alex, aber da ärgert er sich, denn... Also, Alex, unser Fotograf. Aber der Sergej ärgert sich hier. Das war eine... Ja, da war er ein bisschen unvorsichtig. Und in diesen Budern kann man sich diese Kleinigkeiten nicht erlauben. Hier muss man von der ersten Bewegung bis zur letzten hochkonzentriert sein. Und hier sehen wir noch mal. Das erste Top des Abends. Holt sich die Lucy hier. Sehr schön. Jetzt auf der Tanzfläche. Tim Wirtner und Sandra Hopfensitz. So, und wenn Tim hier die richtige Beta rausfindet, dann ist ihm durchaus zuzutrauen, diesen Boulder zu machen. Richtig starker Athlet mit viel Biss, der richtig, richtig Bock hat und wirklich alles gibt. Der hat nämlich den Fokus, auf jeden Fall den kompletten Boulder von vorne bis hinten sauber durchzuziehen. Neulich erst beim Studioblock in Darmstadt auch gut abgeräumt. Hier neben der internationalen Spitzenelite gebodert im Finale. Und jetzt schauen wir mal die Sandra links im Bild. Rechts zu Tim. Sandra kommt hier erstmal gut in diesen leichten dynamischen Zug rein. Kann das gut abfangen. Das funktioniert. Rechter Fuß hoch. Hier, kleiner Fußwechsel. Um ein bisschen länger zu gewinnen für den nächsten Zug. Schön gelöst. Kommt hier an die Zone ran und geht gleich weiter. Direkt. Ja, ist sehr gut gelöst. Das spart natürlich unglaublich viel Kraft, wenn man hier nicht zu lange drin hängt. Come on. Ja, und der Griff ist dankbar. Nicht ganz so schlimm, wenn man nicht exakt arbeitet. Und auch sie holt sich damit ihr erstes Top. Hier im Hintergrund weiter Tim noch an der Wand. Ja, kommt jetzt hier gut weiter. Das sah schon mal sehr stabil aus. Findet auch er jetzt hier diesen kleinen Hüpfer. Ja, das sieht so aus, als ob er es machen will. Und auch gut abfängt. Der linke Fuß hier nochmal schön den Schwung rausgenommen. Da muss man gut aufpassen, dass der nicht über die Matte streift. Denn das zählt direkt als Fehlversuch. Auch er jetzt hier auf dem Weg zur Zone im zweiten Go. Holt die sich auch und merkt, nee, die ist nicht so gut. Die spare ich mir lieber. Mach hier noch einen kleinen Skorpion zwischendurch. Die Füße schwingen nach hinten, um ein bisschen Schwung wegzunehmen. Jetzt die Zone auf jeden Fall deutlich hilfreicher. Für ihn hier die Arbeit in dieser Box. Ja, das... Und jetzt sehen wir ganz genau, was DeLiam vorhin gemeint hatte. Die steilste Platte, in der die Jungs jemals waren. Jetzt bin ich gespannt, ob Tim hier einen neuen Highpoint erreichen wird. Sortiert sich hier ganz gut. Sieht für ihn relativ komfortabel aus. Aber ich glaube, das sieht komfortabler aus, als es ist. Ja, findet hier noch nicht die richtige Variante mit seinen Füßen. Und die Athleten, die gucken immer auf diesen rechten Tritt da drauf. Aber bisher war es für sie noch nicht so erfolgreich. Ich weiß nicht, ob wir auch mal bei den Damen noch vorbeischauen können. Ah, nee, Katsch, die Sandra hatten wir ja gerade schon am Top. Genau, also Fokus jetzt auf den Tim. Letzte Minute Zeit. Das könnte natürlich knapp werden. Die Zone hat er ja schon. Aber jetzt hier noch mal mit so wenig Zeit zum Top zu kommen. Da muss er gut durchziehen. Ja, da schüttelt er den Kopf. Und spart sich hier den letzten Go. Das ist sicherlich richtig und clever. Guckt noch mal. Aber ja, das wäre vergebene Liebesmüh. Denn die Kraft kann er sich für den letzten Boulder aufheben. Am Ende wird es wahrscheinlich nicht so viele Tops geben bei den Herren. Und da zählt jeder Einzelne natürlich maximal. Also lieber für den letzten Boulder da noch mal alle Hoffnung und alle Kraft reinstecken. Clever gelöst. Dann sehen wir es vielleicht noch mal den Zug hoch zur Zone von der Sandra. Alle. Haben wir schön gesehen hier, wie das auch fordernd ist. Trotzdem, relativ guter Griff, aber weiterhin fordernde Bewegung. Und jetzt sehen wir Jan und Helene auf der Bühne. Jan schaut sich das hier wirklich ganz genau an. Währenddessen Helene schon drinnen im Boulder. Kommt hier gut aus der Startposition raus. So, für sie hier die Züge. Das sieht richtig solide aus. Dreht noch mal ein bisschen am Schild. Sehr gut. Auf geht's, Helene. Das ist der Flash-Go für sie. Und holt sie sich jetzt hier diese wichtigen Punkte. Jawohl. Gar kein Problem. Das macht den Unmut aus Boulder Nummer 1 wieder wett. Danke sehr an wen auch immer. Und jetzt Fokus auf Jan. Ja, interessante Variante hier für den Start gerade gesehen. Rechte Hand und rechter Fuß waren auf dem großen schwarzen Volumen, beziehungsweise auf dem Griff, der da noch draufgeschraubt war. Das ist tatsächlich erlaubt. Ich darf alle Griffe erstmal beliebig berühren, muss dann aber einmal die Startposition konkret einnehmen, bevor ich dann an einen Griff gehe, der nicht als Start markiert ist. Der Titelgewinner der letzten Saison. Der Sieger des Deutschlandcups 23-24. Und hier mit unschönen Problemen. Das sind Fehler, die tun ihm natürlich weh. Selbst wenn er jetzt diesen Boulder noch schafft, kann es gut sein. Alex oder Jannik schaffen das ein bisschen flotter. Und das wäre sehr ärgerlich am Ende, wegen solchen kleinen Unkonzentriertheiten hier am Ende, sich doch noch ein bisschen die Platzierung zu versauen. Geht ja auch um einiges am Preisgeld. Und für Jann ein sehr, sehr großer Athlet, der natürlich damit auch gerne mal eine andere Beta findet. Chefroutenbauer der Liam hier eher nicht der Größte, aber die waren sehr, sehr zuversichtlich durch das gemeinsame Testen auch, dass hier nichts zu cheaten ist. und Jann dadurch mit großem Problem in dieser Box und holt sich bisher noch nicht mal die Zone. 1,88 groß. Tja, schwere Boulder wollen sie. Da dürfen sie sich jetzt nicht beschweren. Und Jann, recht früh weggegangen vom Boulder Nummer 1. Jetzt muss er zeigen im Boulder Nummer 2, was in ihm steckt, denn die Kraft hat er auf jeden Fall. Auf geht's, Jann. Jetzt hier mit einer ein bisschen anderen Variante, führt aber auch nicht zum Sieg. Der will natürlich das jetzt noch schaffen, ne? Ärgert sich vielleicht auch ein bisschen, dass er Boulder Nummer 1 zu früh verlassen hat. Aber diese Variante, das hier abzufangen, genau zu erwischen, gelingt ihm nicht. Und damit keine Punkte für den wohl erfahrensten Deutschlandcup-Starter im zweiten Boulder. So, und ich sehe ganz kurz im Chat, natürlich super interessant, die Diskussion fängt wieder an, das oder der Top? Wer weiß es? Ein guter Freund von mir, der Hendrik, aus dem Plan B in Jena, hat's mir erklärt. Und ich freue mich, das jetzt aufklären zu können. Der Top ist der Top-Griff, den man in der Hand hält. Das Top, Tja, das sind, das ist praktisch die Top- oder die Wertung, die dahinter steckt. Das Konzept Top, also wenn ich das Top erreicht habe, heißt das, ich habe mir die wertvollen Punkte verdient. Ich hoffe, ich konnte es jetzt ein bisschen so wiedergeben. Hendrik, wie du mir das erklärt hast, liebe Grüße gehen raus. Also hier durchaus ein kleiner Unterschied. Alle Angaben, wie immer, ohne Gewehr. So, und die Schiris zeigen dem Alex die Zeit an. Der Timer darf noch ein bisschen. So, und jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, ob dieser Herrenbuder Nummer 2 lösbar ist. Auch den Damenbuder verlieren wir dabei nicht aus dem Blick. Sobald es dort vorangeht, sagen wir euch natürlich Bescheid. Und Alex jetzt hier, ganz andere Variante, während Roxana zur Zone schon gekommen ist. Super spannend, Alex hier mit dem hohen Fuß. Kommt hier im ersten Versuch wunderbar durch. Sehr gut, auch Roxana hier, wahrscheinlich ihr Flash-Go. Ja, das ist gar kein Problem für sie. Ich habe schon gesagt, sie kann nicht nur Dinos, auch in allem anderen sehr, sehr stark. Einzige, was sie nicht so mochte, das war der Riss hier aus der Quali. Den hat sie gleich weggelassen. Das mag sie nicht so. Ansonsten aber auch sehr vielseitige Athletin. Ja, und Alex jetzt hier auf dem Weg zu den ersten Punkten. Holt sich die Zone im ersten Versuch. Dieser, ja, diese steile Platte hier. Richtig, richtig schöner Boda. Unglaublich kreative Lösungen, die hier gefunden werden müssen, um rauszukommen. Ich bin sehr gespannt nachher auf die Diskussion in der Isolation. Ja, und Alex jetzt hier als Erster, kommt er unglaublich stabil hier rein. Setzt schön den Fuß, bleibt da mit der Hüfte tief, schiebt sein Gewicht auf den rechten Fuß, auf diesen rutschigen Griff. Ja, so richtig will es trotzdem noch nichts werden. Was ist denn hier los? Das gibt's doch gar nicht. Dieser Junge ist zu flexibel für diese Welt. Ich mache einen kleinen Kopfstand im Boda Nummer zwei, oder was? Das gibt es gar nicht. Was für eine Show wird hier abgeliefert und jetzt nicht loslassen. Das ist das Top im ersten Go. Unglaublicher Versuch vom Alexander Megos hier. Ich fasse es nicht. Was ist das? Ich habe keine Worte. Unglaublich. Was für eine Show. Und das Publikum zurecht in Ekstase. Hier sehen wir einen halben Kopfstand im Boda Nummer zwei vom Alex. Ja, der lässt sich zurecht feiern. Und das sind so wertvolle Punkte. Ja, hier Slow-Mo vom Top. Vielleicht finden wir da noch mal was von ein bisschen früher. Mal gucken, ob wir das später noch einblenden können. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Beiträge und Reels, die da gekommen sind. Und er freut sich zurecht mit seiner internationalen Erfahrung. Den Siegen, der er für sich indoors wie outdoors eingesammelt hat. Aber die Freude hier, die ist einfach nur real. Und damit geht es weiter mit Yannick und Daria. Yannick jetzt natürlich unter Zugzwang. Hat sich im letzten Moment dann doch die Top-Punkte im Boda Nummer eins nicht gönnen können. Und jetzt mit diesem Flash-Go vom Alex. Auf jeden Fall unter Druck. Sicherlich der Favorit, das kann man schon so sagen. Selbst Alex und Jan selber haben es unter der Ankündigung bei Instagram schon gut runterkommentiert. Am Ende geht es um Platz zwei, denn Yannick wird sie abziehen. Aber ich glaube, hier hat Alex auf jeden Fall gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Währenddessen auch Daria auf dem Weg zur Zone, verbaut sich hier ein bisschen. Ja, der Untergriff ist für sie nicht so leicht zu halten, kommt aber gut ran. Und jetzt auch Yannick im ersten Versuch hier gleich dynamisch gut rübergekommen. Aber wir haben schon so viele Männer auch hier noch abfallen sehen. Und das Ding ist nicht geschenkt. Daria hier auf dem Weg mit dem Flash-Go holt sich diese wichtigen Punkte. Gut das nicht liegen zu lassen. Wichtig hier in wenigen Versuchen durchzukommen. So, und auch Yannick muss jetzt aus dieser Box hinauskommen. Ganz komplizierte Verschneidung, in die er sich hier rein und wieder rausbasteln muss. Auch ihm gelingt es, den rechten Fuß gut zu setzen. Ja, ganz andere Variante. Das ist spektakulär hier. Fängt den Schwung ab. Und auch er holt sich Bude Nummer zwei im ersten Go. Das Rennen bleibt spannend bis zum Ende. Huiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. So alt bist du noch nicht, dass du dir den Rücken halten musst. Schon der zweite mit Rückenproblem wohl hier im Finale. Nein, ich glaube da hat er nur so getan. Auch fantastischer Go hier sicherlich eher die Go-To-Variante, dynamisch rauszugehen. Und diese beiden großen Halbrunden rutschigen Sloper dynamisch wegzufangen. Wir bauen einmal um und während wir das tun, schauen wir doch einmal ganz kurz, wer uns hilft, das hier alles auf die Beine zu stellen. Bis gleich. He's in there. Ich weiß. Wir müssen jetzt zurückkommen. Danke. Danke. Wir sind unsere Arbeit, Adam. Wir sind unsere Arbeit. Wir sind unsere Arbeit. Wir brauchen nicht große Budget. Big Gyms. A big crowd. Big News. To become. A big sport. Was ist eigentlich gesund? Gesund? Gesund ist? Den Schweinehund besiegen. Und dabei den Kopf freikriegen. An sich glauben. Und neue Stärken entdecken. Richtige Punkte machen. Und es damit allen zeigen. Ausatmen. Und sich dabei selbst begegnen. Einfach mal gehen statt stehen. Und damit die Schrittzahl erhöhen. Das Gefühl, alles zu geben. Und dafür doppelt belohnt zu werden. Mit Gesundheit und TK fit. unserem Programm für ein gesundes Leben. Jetzt in der TK-App. Der ist offensichtlich noch nicht da. Dann würde ich sagen, schalten wir doch einmal runter auf die Fläche. Denn da geht jetzt der Jonathan Papadopoulos an den letzten Bruder. Der dritte Herrenbruder. Ein wahres Biest. Von vorne bis hinten. Kräftig. Kräftig. Kleine Griffe. Überhang. Physische Züge. Unglaublich schwerer Bruder. Und nicht zu vergessen, durchaus machbar für unsere Deutschlandcup-Starter hier. Ich denke, klar ist, jeder von den Jungs kann diese Routen klettern. Die Frage ist, schaffen sie es auch in vier Minuten? Das ist leichter gesagt als getan. Und wir sind sehr gespannt auf den Jonathan. Vielleicht können wir jetzt doch nochmal das Ranking nebenbei einblenden. Wir sehen es, der Jonathan aktuell auf dem sechsten Platz. Hat hier aber noch Möglichkeiten, auch nach oben bisher. Auch Jan aktuell auf dem dritten Platz bisher noch ohne Top. Also Jonathan kann sich hier durchaus im Ranking noch weiter nach vorne schieben. Und bei sieben Herren, die starten aktuell auch alleine auf der Fläche. Ich denke, das könnte ein Style sein, der ihm durchaus liegt. Hat er auch im Steinbock in Nürnberg beim letzten Deutschlandcup gezeigt, dass er hier durchaus fähig ist. Tja, und natürlich am Ende sind wir alle gespannt auf das Showdown. Yannick Floy gegen Alexander Megos. Wer wird das Rennen in diesem Deutschlandcup gewinnen? Schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare. Wer ist euer Favorit? Yannick, Alex oder wird am Ende doch nochmal Yann einen gucken lassen? wohin ist die Erleiterin derежду. Währenddessen hier Jonathan aber noch mit Problem im Bootlo-Nummer Eins. Auf jeden Fall eine Herausforderung hier. Der 19-Jährige aus dem Sportpark Kelkheim. Und hier sehen wir es einmal wunderbar, diese winzigen Griffe. Und man sieht so leicht, da sind so noch kleine weiße Mini-Griffe irgendwie drunter geschraubt. Das sind so kleine Mini-Volumen praktisch, mit denen man den Winkel dieser Chips nochmal verändern kann, um das für die Athleten dann nochmal ein bisschen schwerer oder leichter zu machen. Und hier sehen wir es wirklich wunderbar, was für eine winzige Leiste man da im kompletten Überhang festhalten muss. Ziemlich ausgestreckt, dann kommen die Füße. Verlängert hier der Jonathan, muss jetzt hinterhergreifen mit der rechten Hand. Füße bleiben stehen, jetzt kann er es festhalten. Tja und nun, wie geht es weiter hier? Linke Hand irgendwie lösen. Kommt weiter, aber dann rutschen ihm die Füße raus. Auch hier wieder super schwerer Zug in diesen kleinen Untergriff, ja untergriffige Leiste. Absolute Herausforderung hier, den Körperschwerpunkt trotzdem nah an der Wand zu lassen. Wir sehen es gleich nochmal. Und dann rutscht ihm der Fuß, bevor er im linken Griff ankommt. Und wunderbare Bewegungsstudie hier. Danke an die Regie für diese tolle Einblendung. Jetzt andere Variante, geht mit rechts raus, direkt an den oberen Spacksgriff ran. Auf geht's, Jonathan. Ja, die Bewegung hat er jetzt schon ein paar Mal gemacht. Aber in den letzten zehn Sekunden auch nur zur Zone zu kommen, für ihn leider nicht mehr möglich. Jonathan bleibt damit mit einer Zone auf dem Aktuell. Wir blenden es nochmal kurz ein. Sechsten Platz. Danke sehr. Und jetzt freuen wir uns auf Mirette. Mirette und Philipp Donchev. Mirette bisher noch ohne Punkte im Deutschlandcup. Und ja, auch dieser letzte Bruder wird sie sicherlich vor Herausforderungen stellen. Das ist unglaublich. Das sind unglaublich komplexe Bewegungen. Konzentrationen vom ersten bis zum letzten Move mit dabei. Nochmal sehr mentales Game. Oben zum Top raus. Hier aufzustehen, sich aufzurichten. Wird den Damen sicherlich nicht leicht fallen. Und es ist kein Bode, den man ganz am Ende nochmal haben möchte. Es ist kein Wohlfühlbode. Das wird hier sicherlich eine richtige Herausforderung. Mirette erstmal schöne Startposition hier. Volumen nicht zu abschüssig. Da kann man noch relativ gut stehen. Aber sich jetzt hier um diese Kante rumzuschieben, das wird nicht leicht. Findet sie aber eine relativ elegante Lösung. Kann hier viel Druck aufbauen auf der rechten Hand. Ja, aber das reicht nicht. Sobald der Fuß kommt, wird dieses abschüssige Squadra-Volumen schlechter und schlechter. Ja, diese Mori-Griffe werden auch für die junge Nachwuchsathletin hier wirklich zur Herausforderung. Philipp währenddessen mit unglaublicher Flexibilität im Bode Nummer 3. Aber auch noch nicht der Weg zum Erfolg für ihn. So, und hier wird nicht nur gebrushed, hier wird sogar geföhnt. Ja, es gibt von Makita sogar Gebläse, mit denen man hier nochmal die Volumene ein bisschen besser machen kann. Das geht dann natürlich nur für alle. Oder gar nicht. Kurze Ansage vom Schiri. Aber ob das dem Philipp jetzt hier so viel helfen wird, ich glaube, da muss er sich mehr auf seine eigene Kraft verlassen, die ihn hier leider ein bisschen im Stich lässt. Mirette dabei auf dem Weg zur Zone. So, und aktuell 878 Zuschauer. Ich glaube, die 900 oder 1000, die knacken wir noch. Und natürlich nicht vergessen, Abo dalassen. So verpasst ihr keinen Quali-Stream, keinen Deutschlandcup und vor allem nicht das Halbfinale und Finale am 21. und 22. Juni aus unserer Wettkampf-Arena im Lokviertel in Osnabrück. Letzten zwei Minuten im Deutschlandcup laufen Firmirette und Philipp jetzt hier bei ihr Probleme mit der Startposition. Wunderschöne Bewegung hier aus dem Start. Erstmal mit Gesicht zum Publikum, dann dreht man sich ein und versucht sich dann hier rüber zu schieben. Ja, er kriegt erst mal gut Druck, aber kommt da nicht raus aus dieser Position. Und wie das geht, das kann ich euch nicht verraten, aber vielleicht könnt ihr mir das verraten. Schreibt es doch mal in den Chat rein, was wäre für Mirette die richtige Lösung. Wenn ich das für gut befinde, kommentiere ich das gerne so. Wenn nicht, dann lasse ich es einfach weg. Aber ihr könnt es ja mal versuchen. Philipp mit kurzen Päuschen hier. Auf jeden Fall sinnvoll. Und wenn ihr mal eine Pause braucht, dann gerne mal reinhören. In den Podcast der Techniker Bruder Bundesliga mit und von Juliane Fritz. Ja, und Philipp. Den verlassen jetzt hier dann doch die Kräfte. Nach einem langen Tag war heute schon sehr, sehr früh mit dabei. Aber Mirette, die hat jetzt richtig Bock. Die will es jetzt nochmal wissen und will sich das hier auch nicht geben. Punktlos aus diesem Deutschlandcup rauszugehen. Die will wirklich und kämpft jetzt hier nochmal richtig. Dolle wird angefeuert von einer unglaublichen Crowd hier aus dem steilen Karlsruhe. Kann es fast weghalten, aber dann rutscht die Hand doch aus. Und ob das in den letzten Sekunden noch was wird. Die Zone will sie sich auf jeden Fall noch holen. Ohne Punkte soll es hier nicht nach Hause gehen. Auf geht's Mirette. Diesen Schwung fängt sie gut ab. Und jetzt in den letzten vier, drei, zwei, eins. Und das wird nicht mehr reichen, um die Zone sicher zu halten. Rutscht hier ab. Das hat leider für sie nicht geklappt. Aber das soll sie nicht traurig machen. Denn es wird noch den ein oder anderen Deutschlandcup geben. So viel kann ich euch schon mal verraten. Wir hören nicht auf mit dieser Wettkampfserie. Es geht auch in der nächsten Saison weiter. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit zum Trainieren für die junge Nachwuchsathletin. Hier aus Karlsruhe. Und das wird sicherlich, da werden wir sicherlich noch einiges von hier sehen. So, und jetzt Revenge of the Topiszko. Ich glaube, der will den Rutsetter nochmal zeigen, dass sie ihn hier nicht unterschätzen sollten. Für ihn bisher auch ein sehr schweres Finale gewesen. Konnte hier seine Leistung noch nicht richtig an die Wand bringen. Aber ich bin zuversichtlich, dass er sich hier nicht unterkriegen lassen wird und nochmal alles geben wird. Lucy nochmal gut am Putzen. Ja, ob da der Streifer übers Volumen. Ja, fürs Chalk abmachen oder doch fürs Antesten. Fürs erlaubte Antesten gut ist. Will ich mir jetzt mal nicht rausnehmen, das zu beurteilen. Sergej hier mit einer interessanten Variante. Mit rechts rausgegangen an die Leiste, die ein bisschen, ja, da. Genau an diese Leiste. Danke fürs Zeigen, Sergej. Und dann versucht man links abzufangen. Hier aber komische Position mit den Armen. Also sehr schwer, das dann abzufangen, wegzupressen. Wird sicherlich nochmal nach einer anderen Variante suchen wollen. Und währenddessen hier Lucy mit leichten Problemen in der Startposition. Das hat der Mirette noch gut hinbekommen. Hier auf jeden Fall mit mehr Problemen als die Mirette. Mirette, pardon. So, Sergej jetzt gleiche Variante. Rechter Arm oben, linke Hand fängt es diesmal aber ab mit diesem Chip. Und das könnte tatsächlich sinnvoll sein. Jetzt kommt er nämlich mit der linken Hand gut rein in diesen unglaublich eckehaftigen Untergriff. So winzig ist der. Den kann er ja festhalten. Das ist auf jeden Fall die Zone. Erste Punkte. Uh. Hey, Sergej leidet. Und guckt mal, wie der lächelt. Der hat nämlich richtig Bock. Der hat jetzt, der hat jetzt erst richtig Hunger. Feuer und Flamme. Während Lucy sich hier die Zone holt. Schön zwischen diese beiden Volumen gepresst. Und dieser Bruder hört nicht auf. Erste bis zur letzten Bewegung. Konstant in einem unglaublich hohen Schwierigkeitsgrad. Ja, und hier aus dem Chat. Schöne Idee vom Michael Kems. Zur linken Hand hucken bei den Damen. Gehe ich gleich drauf ein. Hier nochmal ganz kurz der Sergej. Wunderbar. Also interessante Lösung. Ob das tatsächlich so gedacht war, weiß ich nicht. Aber sehr, sehr stark und schön umgesetzt. Kommt dann mit einer leichten Fußkorrektur gut in den Untergriff rein. Kriegt seinen Körperschwerpunkt schön weit nach links auf den linken Fuß geschoben. Viel Druck hier auf dem Volumen. Sehr schöner Zug. Ja, und hier sehen wir es bei den Damen. Also der Vorschlag zur linken Hand hucken könnte tatsächlich sein. Hatte ich mir auch schon so ein bisschen gedacht. Aber wenn man es hier genau aus der Perspektive kann man es sehr, sehr gut sehen. Also das ist kein schöner Hook. Der Fuß, der rutscht einfach. Vielleicht war da die Idee mit dem Pressen von Lucy tatsächlich die Variante. Die zum Top führt. Sergej bleibt bei seiner Variante. Auch gut, wenn es einmal funktioniert hat. Warum wechseln? Auch relativ kraftsparend bei ihm diese Variante. Auch wenn man bei diesem dritten Herrenbruder nicht wirklich von kraftsparend reden kann. Das fängt da ab. Ja, kommt jetzt hier, weiß, dass er das festhalten kann. Und Sergej will jetzt hier zum Top. Die Zone hat er ja schon, aber da werden 17, 16, 15 Sekunden nicht reichen. Gleiches gilt für Lucy. Aber auch sie hat sich vielleicht hier die Zone geholt. Schauen wir mal ganz kurz nach. Wo steht sie? Ja, tatsächlich. Das ist die Zone. Und damit überraschend Lucy Molitor aktuell auf dem ersten Platz. Ja, schöne Vorstellung hier. Wertvolle Punkte. Also diese Zone, die sich die Meret noch nicht holen konnte. Aber natürlich vier Damen noch, die kommen werden, die alle im Bodo Nummer 2 einen Versuch weniger gebraucht haben. Und hier schon mit einer schnellen Zone den Sack zumachen könnten. Währenddessen zuerst Tim an der Wand. Kommt die dynamisch raus. Der Junge hat Strom in den Unterarmen. Für ihn dieser Zug gar kein Problem. Fängt sie auch ab. Genauso wie der Sergej. Sieht bei ihm aber erstmal deutlich entspannter aus. Danach kriegt er das Körpergewicht aber nicht auf den linken Fuß geschoben. Da fehlt dann ein bisschen Druck aufs Volumen. Und rutscht dementsprechend relativ schnell runter. Sandra währenddessen mit einer dynamischen Variante gleich zum nächsten Griff. Den hatte die Meret so richtig schön immer wieder abgefangen. Erstmal dort den ersten. Oh, und da müsste man nochmal gucken, ob sie da den Startgriff richtig berührt hatte. Das obere Volumen ist angeschraubt. Das untere Volumen sollte also nicht mitgenutzt werden. So, und jetzt gibt hier die Masse im Publikum nochmal richtig Gas für den. Der kann die Energie aus dem Publikum leider nicht so richtig an der Wand umsetzen. So, auf geht's. Sandra diesmal mit dem Gesicht zum Publikum. So wie sich die Ruhezetter das gedacht haben. Unglaublich spannend und interessant, wie hier die unterschiedlichen Athletinnen auf unterschiedlichste Art und Weisen vor Herausforderungen gesetzt werden und ihre jeweiligen spezifischen Stärken trotzdem gut ausspielen können. Kleinigkeiten in der Fußstellung, in der Hüftbewegung, in der Verlagerung des Körperschwerpunkts sorgen hier dafür, dass es eben so entspannt aussieht wie bei der Meret. Und hier Sandra, jetzt hat sie es, jetzt hat sie es, sah noch kräftig aus. Wenn sie es beim nächsten Mal wieder probiert, wird das viel, viel einfacher sein. Ja, und jetzt kann sie zeigen, dass das hier für sie kein Problem ist, der Rest. Wird sie das auch tun? Nein, noch nicht. Aber auch hier wahrscheinlich die richtige Variante, in die Zone reinzupressen. Ob es da schon Punkte für gibt? Ich glaube nicht, denn die Zone wurde jetzt nicht wirklich sicher berührt. Das muss dann kein extra Zug sein, aber so eine leichte Verschiebung des Körperschwerpunkts, eine Kletterbewegung im weiteren Sinne, sollte erkennbar sein. Und dazu gehört abfallen, leider nicht. So, und jetzt wird hier unten nochmal richtig Lärm gemacht. Hat da jemand eine Trommel dabei oder was? Hier geht es richtig los im Steil. Es geht steil. Sandra jetzt hier auf dem Weg zur Zone. Sehen wir jetzt vielleicht die Hook-Variante. Interessant, aber da sehen wir es. Ja, viel zu rutschig dieser Griff. Trotzdem wichtige Punkte. Sie würde sich damit aktuell auf den ersten Platz schieben. Durch ihr Top. Im ersten Go im Boulder Nummer zwei. Aber die Zone braucht sie dafür. Und auch Tim möchte es natürlich nicht liegen lassen. So, Sandra hat jetzt hier auf jeden Fall 30 Sekunden Zeit. Sollte sich die Zone... Jawohl! Viel Gewicht auf dem rechten Fuß. Unglaublich! Jetzt geht es los hier. Sandra holt sich die Zone. Damit erster Platz. Aktuell kann sie in den letzten Sekunden noch zum Top kommen. Das ist der Top-Griff mit beiden Händen in den letzten Sekunden. Was für ein spannender Go hier im letzten Boulder bei den Damen für die Sandra. Das schiebt sie im Ranking ganz weit nach oben. Schauen wir es uns nochmal an. Hier unglaublich viel Druck auf dem rechten Fuß. Helene Wolf und Jan Boyer! Richtig stark hier dann rübergeschoben. Und jetzt sehen wir es gleich. Wie für sie. Ja, sie greift hier mit links nach. Kann die rechte Hand relativ entspannt weitersetzen. Und braucht gar nicht viel Kraft, um das wegzupressen. Wunderbar gelöst. Fantastisch. Und Helene macht sich noch die wetterfeste Frisur. Nein, es ist warm. Es wird Sommer. Wir freuen uns, das gemeinsam hier mit den Athleten genießen zu können. Die genießen es auch. Haben richtig viel Spaß. Die Ventilatoren an der Decke helfen ihnen sicherlich auch. Ja, und jetzt sind wir natürlich gespannt. Unglaublich spannend. Was passiert jetzt hier noch im letzten Herrn Boder? Schafft das einer der drei Favoriten noch, hier den M3-Boder zu knacken? Schreibt es mal in die Kommentare. Was glaubt ihr? Jetzt aber erstmal Helene. Im Start. Uiui. Rechte Hand hoch. Und sie hält es weg. Richtig stark. Findet sie auch hier die Variante mit dem rechten Fuß. Viel Gewicht drauf. Das reicht noch nicht. Guckt mal, wo ihr Körperschwerpunkt liegt. Noch nicht weit genug. Über dem rechten Fuß. Der rutscht dann auch noch raus. Also großen Respekt hier nochmal an die Sandra, dass sie diese Variante wirklich gefunden hat. Das unglaublich sauber gelöst hat. Ja, damit hat sie sich auch auf den aktuell ersten Platz geschoben. Neunten Versuch. Das heißt natürlich auch, die Tür ist offen für Roxana, Helene und Daria. Also acht Versuche um sich hier noch. Beziehungsweise ein Topf würde sogar für Roxana und Daria reichen. Und auch für Helene nicht. Die hat nämlich auch die Zone im ersten Boder nicht. Also hier alles offen bis zum Schluss. Auf geht's Jan. So und Jan bisher noch ohne. Jan bisher erst mit einer Zone. Bode Nummer zwei. Gar keine Punkte für ihn. Also der muss jetzt zeigen, dass er das kann. Helene atmet nochmal tief durch. Vom Schiri gibt es natürlich keinen Tipp. Höchstens ein bisschen emotionalen Support. Helene unglaublich motiviert. Hat richtig losgehabt hier auf den letzten Cup der Saison mit uns die Aftershow-Party gemeinsam zu begehen. Einfach immer einen Traum, sie mit dabei zu haben. Immer gute Laune. Immer mit dabei. Immer gut. Mit konstruktivem Feedback mit dabei. Und jetzt nach langer Europa-Reise mit Zug und Hund. Liebe Grüße gehen raus an Paco in Innsbruck. Der darf jetzt das neue Frauchen anfeuern im Livestream. Und ihr ein bisschen Support hier geben. Und da hoffen wir, dass sie sich da auch noch die Punkte holt. Und jetzt Jan, auf geht's. Und hat hier Probleme. Was ist da los? Mit dem Olympiastarter von 2020 in Tokio. Anderthalb Minuten noch auf der Uhr. Sollte der Altmeister hier wirklich geschlagen mit nur einer Zone aus dem Finale rausgehen. Und auch Helene mit ihrer unglaublichen Erfahrung. Deutsche Meisterin, ehemalige gewesen. Auch letztes Jahr bei den letzten deutschen Meisterschaften. Gut performt. Jetzt findet sie hier wieder den Weg. Ist wieder auf dem Weg zur Zone. Rechter Fuß wieder nicht genug belastet. Kann es aber abhalten. Presse sich hier gut rein. Wichtige Punkte für Helene. Jetzt kommt sie weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. 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 Ich binlerweile nochmal wieder drauf. Hi. Hi, Simon Grafi steht hinter mir mit der Steadycam. Wunderbar. Ja, und da seh ich mich auch im Bild. Ich weiss. Ich bin dabei. Für die Zweck wird die letzten Ergebnisse ausgewertet. Und Jannik, unser Moderator, der kriegt noch ein paar kleine Hinweise, wer denn jetzt eigentlich gewonnen hat. Es war spannend bis zum Schluss, ich kann es euch verraten. Alex hat am Ende sich den ersten Platz geholt, denn da oben die Zone im letzten Bruder, die konnte der Jannik einfach nicht mehr festhalten. Da hat er nicht die richtige Variante gefunden, ist aber auch kein Problem. Und jetzt genießen wir erstmal noch die Säger-Ehrung, die letzte Deutschland-Caps-Säger-Ehrung in dieser Saison. 4.000 Euro für die Herren und 4.000 Euro bei den Damen. Wir fangen an mit den Plätzen Nummer 7. Der leitige Standort heute, Jonathan Papadopoulos, kommt zu uns. So, und auf die Tanzfläche kommt Jonathan Papadopoulos. Heute leider nicht mit der optimalsten Performance, alles gegeben, aber es war wahrscheinlich das schwerste Deutschland-Cup-Finale, was wir bisher gesehen haben, sehen durften. Und Jonathan damit auf dem siebten Platz. Auch der gibt noch Punkte für das Deutschland-Cup-Gesamtranking. Tim Wüttner! Und das erste Preisgeld geht an Tim Wüttner. Sechster Platz. Ja, solider Teilnehmer auf jeden Fall in fast jedem Deutschland-Cup-Finale in dieser Saison. Ausschließlich. Ausschließlich. Letztes Mal im Steinbach war er nicht mehr dabei. Einmal hat es sogar für das Treppchen gereicht. Und jetzt mit dem sechsten Platz, 100 Euro kann er mit nach Hause nehmen. Back in the game, nach längerem, wieder dabei Philipp Dornchev. Unglaublich sympathischer Athlet aus Bulgarien. Super sympathisch. Immer schön, wenn er mit dabei ist. Bringt gute Laune mit. Unglaublich viel Spirit beim Klettern. Und er freut sich auch über 100 Euro Preisgeld. Und den fünften Platz auch wieder dabei. Die Legende Sergej Dupysko der Ukrainer freut sich ebenfalls noch über ein Taschengeld. Was hier von unseren fleißigen Nachwuchsathleten überreicht wird. Und jetzt geht es auf das Treppchen. Unglaublich! Was war da los? Im letzten Boden. Yannick hatte es in der Hand. Am Ende hat die Zeit nicht gereicht. Jetzt erst mal auf den dritten Platz Altmeister Jan Hoyer. Was war das für ein Kampf für diesen unglaublich erfahrenen Athleten? Tja, aber auch er glücklich am Ende konnte sich mit einer sehr guten Platzierung aus der Qualifikation retten. Auf dem dritten Platz freut sich auch hier nochmal über die Medaille. Der Deutschlandcup-Gesamtsieger aus dieser Saison. Nehmen wir jetzt Yannick Floy mit seinem Jahr nur zweiten Platz der Saison. Er wurde angekündigt von Yann und Alex als der Favorit in diesem Kampf. Ja, hat auf jeden Fall noch beste Chancen für Olympia in diesem Jahr mit dabei zu sein, sich zu qualifizieren beim European Cup. Hier nochmal die finale Entscheidung für sich zu gewinnen. Aber die heutige Entscheidung, das hat der Alex für sich entschieden. Unglaublich, was dieser Ausnahmeathlet hier an die Wand gebracht hat. Auch im letzten Boden. Die Zone für ihn zählt so viel wie ein Top. Hat kein anderer geschafft heute bei dem Deutschlandcup. Ja, seine erste Teilnahme beim Deutschlandcup überhaupt. Und gleich der erste Platz. Ich denke, die anderthalbtausend, die schmecken die Punkte im Cup nicht mehr so relevant. Aber der Spaß an der Wand, der ist nicht zu kurz gekommen. Und das dürfte auch für diese Ausnahmeathleten nicht zu wenig gewesen sein. Der Alex, der läuft schnell in die andere Richtung. Der weiß nämlich, dass er mir gleich noch ein Interview schuldet. Aber vorher gucken wir doch nochmal ganz kurz bei den Damen, wie es dort am Ende ausschaut. Und der Yannick, unser Liga-Moderator, ruft auf. Merit Greb auf dem sechsten Platz. Die junge Nachwuchsathletin aus dem Steyl in Karlsruhe. Konnte heute vielleicht nicht zeigen, was sie wirklich kann. Unglaublich starke Performance aus der Qualifikation. Hier richtig stark abgeräumt mit 13 Bruder am Ende ins Finale eingezogen. Ja, unglaublich schweres Finale diesmal geworden. Also die Schrauber wollten hier wirklich differenzieren. Das ist ihnen auch gut gelungen. Lucy auf dem fünften Platz. Ebenfalls ihr erster Besuch beim Deutschlandcup. Hoffentlich nicht der letzte. Den vierten Platz schnappt sich Sandra Hopfensitz. Ja, nicht zum ersten Mal mit dabei, aber hoffentlich auch nicht zum letzten Mal. Für sie auch sehr schwerer Kampf heute. Gut gekämpft am letzten Bruder. Nochmal wertvolle Punkte gesammelt. Ja, und auf dem dritten Platz nach langer Fahrt, langer Tortur und trotzdem mit einem Lächeln wie immer dabei. Helene Wolf, was war das für eine Saison. Danke dir, Helene, dass du mit dabei bist. Immer schön, dich hier zu haben. Und sie teilt sich das Treppchen wie immer mit ihrer Fahne um die Schultern. Sie ist die Siegerin des diesjährigen Deutschlandcup. Der diesjährigen Deutschlandcup-Gesamtwertung mit großem Abstand. Und viel Fleiß hat sie sich auf den ersten Platz gekämpft. Unglaublich starke Performance, die sie auch heute nochmal bewiesen hat. Mit dem zweiten Platz fantastisch gemacht. Richtig stark im letzten Bruder nochmal alles gegeben. Und wir freuen uns, ja, vor allem Helene und Daria auf jeden Fall, wenn es klappt, beim Finale in Jena wiederzusehen. Und auch sie, auch sie mit einem Debüt im Deutschlandcup bei der Bruder Bundesliga. Zum ersten Mal ist sie mit dabei. Und zum ersten, aber vielleicht nicht zum letzten Platz, holt sie sich das Podium. Das Preisgeld und den ersten Platz. Das Gesamtranking wird nicht mehr so relevant sein. Aber das sind natürlich trotzdem tolle Punkte. Genießt nochmal diese Bilder hier mit den starken Athletinnen. Unglaublich, was die hier an die Wand gebracht haben. Wir werden jetzt nochmal ganz kurz alle Helfer und so auf die Bühne bringen. So, und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Simon, komm mal kurz mit, wo ist denn der Alex jetzt hingerannt? Man erkennt ihn am gelben T-Shirt. Ist aber nicht so schlimm. Komm mal mit, Simon. Wir rennen hier mal ganz kurz, hippeln mal durch. So. Und Roxana, ich muss dich jetzt mal ganz kurz entführen und ein kleines Interview machen. Ja. Erstes Mal Deutschland Cup. Ja. Erstes Mal erster Platz im Deutschland Cup. Wie warst du? Oh, saugeil. Ich habe es total genossen. Und die Boulder waren mega toll. Und ich hatte eine Menge Spaß. Und ich hatte eine Menge Spaß. Das hast du auch nicht auswendig gelernt, oder? Ich fand es halt super, mal so in einem Wettkampfmodus ein bisschen reinzukommen als Übung. Ist ja auch eine tolle Vorbereitung für die kommende Saison. Und die Boulder hatten im Finale eigentlich eine perfekte Schwierigkeit. Es ist alles aufgegangen. Es wurde, naja, fast alles getoppt. Aber es hätte alles getoppt werden können. Heißt, die Schrauber haben ihren Job auf jeden Fall richtig gut gemacht. Und ich bin echt froh, dass ich mitgemacht habe. Das freut mich sehr. Und jetzt vorhin habe ich relativ oft von dir auch mal das Wort Fun Cup gehört. Würdest du sagen Fun Cup, oder ist das hier schon eine ernste Veranstaltung? Also ich finde, für mich gilt alles, wo jeder mitmachen kann als Fun Cup. Da zählt auch Studio Blockmasters oder so drunter. Das heißt jetzt nicht, dass es leicht ist. Oder dass es nichts wert ist. Oder dass ich mich nicht freue oder so. Das bedeutet einfach nur, dass man halt ohne Druck mitmachen kann. Und einfach Spaß haben kann und die Boulder genießen kann. Also Einladung auch, einen Oma und Opa zu mitmachen. Ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Na dann, Oma und Opa, kommt vorbei. Und sehen wir dich jetzt gleich noch zur Aftershow-Pod. Oh, äh, gucken wir mal. Gucken wir mal. Alles klar, ich danke dir auf jeden Fall, dass du mit dabei warst. Und jetzt schnapp ich mir noch ganz schnell die Gesamtsieger des Deutschland Cup-Rankings. Und wir sehen uns beim nächsten Cup vielleicht, oder? Gerne, auf jeden Fall. Sehr cool. Bis später. So, und jetzt wurden zwischendurch ganz kurz die zahlreichen Helfer, nämlich hier geehrt, die uns das ganze Jahr über lang begleitet haben. Und jetzt Deutschland Cup-Gesamtsiegerin Nummer 1 und Nummer 2. Jan, mit dir muss ich noch mal ganz kurz reden. Und die Daya, die muss ich auch noch mal ganz kurz zu mir holen. Und ich glaube, ich habe den Gesamtsieg gewonnen. Du weißt, dass du den Gesamtsieg gewonnen hast. Das war ja schon klar nach der letzten Station. Und, äh, Jan, dafür gibt es noch mal ein kleines Taschengeld. Das verrate ich dir später noch mal. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns die ganze Saison mit begleitet hast. Es ist uns wirklich eine Ehre, jemanden wie dich mit dabei zu haben. Ich hoffe, du bleibst uns auch noch ein bisschen erhalten. Und, äh, hat es vor allem auch Spaß. Heute war es besonders schwer, aber ist auch okay, oder? Ja, auf jeden Fall. Gehört dazu. Routenbau ist schwer. Manchmal vergreift man sich ein bisschen in der Schwierigkeit. Aber insgesamt trotzdem, vielen Dank für die geile Serie. Es ist natürlich für die Athleten cool, die im Finale klettern und mal ein Preisgeld mitnehmen können. Aber insgesamt für den Wettkampfsport hat das in Deutschland auf jeden Fall gefehlt. Der DRV kriegt seit Jahren nicht hin, Wettkampfsport attraktiv zu gestalten in Deutschland. Man muss sich umständlich für deutsche Meisterschaften qualifizieren. Es gibt keine Preisgelder. Es ist alles über mehrere Tage gestreckt. Also, mit der Serie hier, und das hat man ja auch mal gesehen, wie gut es angenommen wurde, habt ihr alle Nationalkaderathleten erreicht. Jetzt mit Alex und Jannik, die besten deutschen Kletterer, und ein großes Lob an euch. Ja, vielen, vielen Dank für dieses Lob. Von dir ist das natürlich eine besondere Ehre. Viel Spaß damit und wir sehen uns in Jena, würde ich sagen, oder? Danke, bis dann. Ciao. So, nee, okay. Was, ich muss an die Kamera da ran, weil wahrscheinlich die Steadicam ist ein bisschen aus. So, und Daya kommt mal ganz kurz zu mir. Daya, please. Komm to me, komm to me, komm to me. Daya, ich brauche einen Huck. Über die letzte Saison haben wir close Freunde geworden. Und es ist so ein Freude, so ein Hunde, dich hier zu haben. Und du wirst heute wissen, was passiert. Du hast den gesamten Deutschlandcup-Ranking gewonnen. Of the season 23-24. This is for you. And I thank you very much. This is, it was your sixth performance or seventh performance in the Deutschlandcup-Series this year. How was the last year for you? It was quite okay. Sometimes I feel not so good, but I like it. And you're happy to have an awesome after-show party today? Well, I don't know that it will be. Yeah, I hope so. And Daya, will we see you next year for the Deutschlandcup-Series as well? I think I will compete also. I like the company here. It's so nice, such a nice people. Nice, awesome. Daya, we thank you very, very much. Congratulations. Awesome performance today at the war, even though it was quite difficult. But I hope you enjoy, still enjoyed it. And now you have some time for the boulders. See you next year, I hope. See you next year and maybe finals also. The finals in Osnabrück, we will see. There are some other national competitions, but I'm looking forward to your appearance. Let's see what I decide. Okay. Thank you, Daya. Okay, thank you. Good evening. And now, last but not least, jetzt guck ich ganz kurz, ob die Kamera auch funktioniert. Ja, das tut sie. Und dann können wir nämlich nochmal dem Alex hier gratulieren. Was geht hier auf einmal? Vorsicht, hättest du damit gerechnet? Nee, gar nicht. Ich weiß. Sagen wir mal so, es war auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, aber mal ganz ehrlich, das Starterfeld ist so stark, da war quasi vom ersten bis zum vierten oder fünften wäre alles drin gewesen, sag ich mal. Am letzten Bo, da hast du es für dich entschieden, du hast die Zone unglaublich schön gelöst. Also bist du da statisch hingekommen. Was war bei Jannik das Problem? Du konntest ja zugucken am Ende. Ich glaube einfach, Jannik hat nicht gecheckt, dass man am Ende einen Fuß runternehmen muss vom Volumen, um das statisch in die Zone zu ziehen. Und ich hatte auch am Anfang gemerkt, wenn beide Füße auf dem Volumen stehen, fühlt sich es unmöglich an. Und der Witz ist ja, Jannik ist so stark, bei ihm fühlt es sich halt dann doch möglich an. Und er denkt, okay, so muss es ja vielleicht gehen. Ich habe dann natürlich gecheckt irgendwann, okay, mit zwei Füßen im Volumen keine Chance, deswegen habe ich einen Fuß runtergenommen. Und dann ging es relativ gut. Aber ja, wie gesagt, ich habe da einfach Glück gehabt, dass ich drauf gekommen bin. Allgemein die Probleme heute vielleicht ein bisschen zu kräftig oder doch vielleicht nicht die richtige Beta gefunden? Woran hat es gelegen? Ich würde mal sagen, für Jan, Jannik und mich war das Level sehr gut. Wenn es anders gelaufen wäre, hätte ich mir auch vorstellen können, dass Jannik oder ich drei Boulder toppen, wenn man genau die richtige Beta findet. Aber das ist halt das Boulder-Spiel. Klar, natürlich für den Rest war es vielleicht ein bisschen zu schwer. Für mich war es natürlich ganz gut als Weltcup-Vorbereitung und für die Olympischen Spiele war es eine perfekte Vorbereitung. Also das heißt auch, dem Jannik, dem zeigst du das jetzt nochmal mit Olympia oder wie ist es? Sagen wir mal so, es können mir gut vorstellen, das war jetzt das letzte Mal, dass ich ihn bei einem Boulder-Weltkampf oder bei einem Boulder-Weltkampf geschlagen habe. Aber ich muss ihm es ja gar nicht zeigen, wir müssen uns ja noch beide qualifizieren. Das wäre cool. Das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Wir würden es uns natürlich auch richtig wünschen, euch beide dann auf der internationalen großen Olympischen Bühne zu sehen. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dich mal wieder hier zu sehen, Alex. Wie stehen die Chancen? Ich würde sagen, ganz gut. Jetzt habe ich Blut geleckt. Es war gut. Und wir haben ja anscheinend auch bei uns ganz in der Umgebung, Steinbock Erlangen in Nürnberg, kamen wir auch, normalerweise in der Boulder-Bundesliga. Auf jeden Fall schöne Hallen, um vorbeizukommen und ich hoffe, du kommst auch mal wieder mit vorbei. Gerne. Wir sehen uns, Alex. Danke. Viel Erfolg und danke dir für dein, ja, alles, was du heute hier gemacht hast. Denn das Video, das seht ihr ja noch in ein, zwei Wochen. Wie lange dauert es noch? Max braucht normalerweise so zwei Wochen für den Schnitt. Danach werdet ihr sehen, was wir fabriziert haben. Dann könnt auch ihr nicht nur hinter die Kulissen schauen, wie bei unserem letzten Video, sondern vor die Kulissen schauen. Ja, wunderbar. Dann jetzt noch viel Spaß beim Bodern und der Aftershow-Party. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tja, was soll ich sagen? Das war's. Der letzte Deutschlandcup der Saison 23-24 ist vorbei. Das vorletzte Highlight, denn am 21. und 22. Juni wartet auf euch im Osnablock und im Lokviertel, im Lokschuppen in Osnabrück das Finale der Techniker-Border-Bundesliga 2024. Ein spektakuläres Outdoor-Finale, Workshops, Fun-Games, Fun-Comps, alles mögliche noch mit dabei. Haltet euch auf jeden Fall diese Woche frei im Terminkalender. Wir freuen uns auf euch. Wir sind damit raus für heute und sehen uns wieder im Juni. Bis dann. Vielen Dank. Vielen Dank.